Hallo Freunde und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Livestream. Heute sind wir wieder zurück am Start. Zu spät. Ein paar Minuten zu spät sind wir heute. Aber ja, Freunde, darf auch mal passieren. Aber aus den besten Gründen. Aus den besten Gründen. So. Ja, wir sind wieder zurück und heute sind wir wieder hier am Start mit Willi. Unser Lieblings-Opa ist wieder zurück in der Stadt. Ja, wir sind hier wieder zurück. Lange war er weg. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange Willi jetzt eigentlich weg war. Ein paar Wochen. Ich glaube Monate waren es noch nicht, aber ein paar Wochen. Hallo Motz. Hallo Jet. Wie geht es euch? Wie geht es euch? Ja, auf jeden Fall war Willi schon einige Zeit weg. Ja, aber jetzt ist er wieder hier und er freut sich wieder auf seine FD-Kollegen. Wir sind ja auch schon am Flughafen angekommen. Haben unser, ist ein Taxi hier. Taxi ist sogar da. Mach mal Taxi-RP. Fahr mal mit dem Taxi. Äh, brauche ein Taxi am Flughafen. Sehr gut. Okay. Geht es euch allen gut? Schreibt es mal rein. Jo, und danke schön der Nachfrage. Mir geht es auch sehr gut. Und freu mich heute schon auf den Livestream. Ich freu mich heute wieder auf FD-Action mit Willi. Ich denke immer, ihr freut sich auch drauf, oder? Einzelnen Chat, wenn ihr euch auch drauf freut. Heute auf den Willi-Baldigen Sonntagabend. So. Ja. Wir sind wieder hier. Und Willi freut sich auch. Natürlich. So. Die Stimme ist noch existent. Willi ist noch existent. Alles ist beim Alten. Guckt ihr euch an, den Racker. Wie er rumgeht. Vor einem Monat. Genau einem Monat. Ja gut. Ja gut. Da ist ja schon eine Zeit her, ne? Schauen wir mal, ob das Taxi-Cap Bock hat, uns abzuholen. So. Schauen wir mal hier rein. Raus aus dem Flughafen. Da ist es ewig her, dass ich beim Flughafen war. Das Taxi-Cap holt mich nicht unten ab, oder so. Das wäre jetzt natürlich mieser. Jetzt warten wir mal hier aufs Taxi. Rote Hose hier. Ei, ei, ei. Ich bin gespannt, wie viele Kollegen wir vom FD treffen werden. Rölf. Patrick, du bist der, du bist der, du bist der Heisel. So wie immer halt. So. Schauen wir mal. Ob das Taxi überhaupt zurück... Habe ich überhaupt das... Weil ich schon so verwirrt bin mit Willi. Habe ich eigentlich den Dispatch ans Taxi geschickt? Hoffe ja doch, oder? Wenn wir gleich mal einen Rückruf kriegen, oder so. Oder sie sind gerade irgendwo. Hallo Stoffel. Guten Tag. Alex, Dankeschön für den Euro. Ich warte mal. Ich habe auch noch vorhin... Hat, ähm... Makana Lump. Dankeschön für 599. Hallo Leute und willkommen zurück. Was sagt ein italienischer Schädlingsbekämpfer... Gesundheit? Alter, da hat es gerade im Nebenraum, Alter. Da hat es gerade eine Detonation gegeben. Was sagt ein italienischer Schädlingsbekämpfer, wenn er alle Kakerlaten erledigt hat? Schabe, fertig. Minimum IMF-Dealer. Genau, einer mindestens. Das sollten eigentlich... Sollten eigentlich... Äh, vielleicht mehrere sein. Es ist Sonntag. Vielleicht haben wir ja heute auch gut was zu tun... und haben ja auch ein paar Einsätze zu... zu tätigen. Habt ihr das durchgehört, Chat? Schreibt es mal rein, bitte. Gesundheit schreibt schon der ganze Chat. Habt ihr das durchs Mikrofon durchgehört? Wenn ja, bitte dann mal eins in den Chat. Egal. Ich habe so... so... ähm... geschlossene Kopfhörer und ich habe das... gehört, als ob das neben mir ist. Was war denn das gerade, bitte? Ja? Oh mein Gott, man hat es einfach durchgehört. Hat wahrscheinlich durch die ganze... Hat wahrscheinlich der ganze Wohnblock gehört. Was ist denn da passiert, Hase? Sache war... voll durchgeschaltet. Geil. Das war eine Detonation, hallo? Was sagt ein Italiener bei der Grenzkontrolle? Schabe, passt da. Was ist ein Italiener ohne Arme? Zu 90% sprachbehindert. Hier 6 Euro für den Server. Das wäre ein Witze für den Sandro. Sandro, einmal bitte. Dir auf der Zunge zergehen lassen. Extrem laut. Ja, super. Toll. Macht nichts. Ich gehe das nächste Mal direkt vor das Mikro. Ja, dann ist das Mikro hin. Schalldruckbegel überlastet. Meine Güte. So, wo ist das Taxi? Ich kriege... Ich kriege keinen Rückruf. Ich kriege keinen angenommen. Was macht das Taxi? Ich muss gleich... Holen die mich auch oben oder holen die mich unten? Ich schau mal nach unten. Hallo, Taxi. Unten ist auch kein Taxi. Taxi. Hallo? Help. Ach, hier ist ein Taxi. Er kommt da. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe ein Taxi. Sind Sie das Taxi? Ja, genau. Super. Ich muss mal zur Feuerwehr. Das können wir machen. Aber sehr gerne. Sind Sie die angeschnallt? Ja, ich habe mich da gerade angeschnallt. Wunderbar. Wie ich noch jung war, hat es keine Anschnallgurte gegeben. Ja. Ja, die Zeiten enden sich. Andl, wer ist Mirko? Mirko Bremer wahrscheinlich. Zum Stream. Franzen, Freddy, Bambus, Björn. Danke fürs VIP-Werden. Und, äh, Oli aus Lübeck, danke für einen Subgift. Lieber Kuss, geht raus. Äh, was? Ich sag, arbeiten Sie bei der Feuerwehr? Ja. Ich arbeite bei der Feuerwehr. Das schon sehr lange. Okay. Fragen Sie mal nach Willi. Die kennen mich. Äh, viele kennen mich. Gut. Er hat eigentlich die ID 1, jemand, der nicht mehr am Server ist. Also, von der Connect-Session, von der Session heute. Wo war, was ist die niedrigste ID? 34. Karte ist auf jeden Fall schief. War es in Urlaub, dass Sie vom Flughafen kommen? Ja, ich war im Urlaub. Und das seit über einem Monat. Oh, wo waren Sie denn? Ich war in meiner Heimat in Österreich. Oh, sehr schön. Ja. Und dort habe ich viel Schnitzel gegessen, Kaiserschmoren. Dort habe ich auch viel, ähm, Stelze und Brettljausen. Alles vom Feinsten. Das gibt es hier leider nicht. Was ist Stelze? Stelze ist, ist, äh, vom Fuß. So, äh, was soll man das denn mit so einer knusprigen Kruste, ein Stück Fleisch? Okay. Von welchem Tier? Bestimmten Tier, oder? Vom Schwein. Vom Schwein, okay. Ist das schmackhaft? Das ist schmackhaft, natürlich. Was denken Sie denn? Das ist österreichische Kost und ganz viel Kernöl. Okay. Ja. Ich habe mir unter Fuß jetzt nicht so etwas Leckeres vorgestellt. Das ist extrem lecker. Okay. Na, dann muss ich es mal probieren. Ja, unbedingt. Wir müssen nach Österreich. Das ist sehr gutes Essen. Glaube ich. War schon mal da. Ja. So, was bekommen Sie denn von mir? Die Fahrt geht aufs Haus. Nein, das ist gar nicht verantworten. Sie machen ja Ihren Job. Ach, alles gut. Dann stellen Sie eine kleine Rechnung aus. Ja, genau. Eine kleine Rechnung. Große Dienste. Ja, ich bin da, Alter. Ich bin schon da. Super. So, und dann kriegen Sie noch einen schönen Abend und einen schönen Dienst. Für ein Wiener Schnitzel. Ach, danke. Super. Für beide. Eingenehm liegen. Tschüss. 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 Tschau, meine FD-Freunde sind da. Leider dort, da ich nicht weiß, was ich schreiben soll, habe ich dir mal was da gelassen. Danke für 5 Euro mit Überweisungsgebühren, mein liebster Jütster. Dankeschön. Mano, 77 mit einem Euro. Dankeschön. Ja, der echte Opa, Willi und einen schönen Abend. Dankeschön. Danke. Alex, danke auch für einen Eurokuss. Geht raus. Hallo. Servus, Willi. Hallo. Na, wie geht's euch, ihr Halluken? Gut, danke. Und dir? Ja, wundervoll. Ich bin heute super schön, viel gegessen. Ja. Das war es nicht. Ja. Jetzt geht's wieder los im Dienst. Jetzt geht's wieder los. Ich bin heute voll motiviert. Perfekt. Voll bei Kräften. Wo sind denn die anderen? Alle im Einsatz. Alle aufreizt. Ein verunfallten Kollegen mit der Engine. Oh nein. Ich geh mich mal schnell schminken und fit machen und hübsch machen, damit ich heute auf den Ball gehen kann. Oh, 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 oh. Viel Spaß. So. Was haben wir hier? Zu viel Blau hier. Nee, nee, nee. Das Einzige, was das Blaue erkannt hat, ist das Grüne. Wenn man Blau und Grün vermischt, kommt was raus? Gelb, oder? Nee. Was kommt raus, wenn man Blau und Grün mischt? Violett? Bin ich gerade doof? Bin ich gerade echt doof, ne? Ich weiß, nur Blau und Grün, wenn man das mischt. So, meine Aktentasche lege ich einmal hier. Was kommt raus, wenn man Blau und Grün mischt? Kommt er nicht wirklich? Ich bin gerade sowas von lost. Kommt wirklich gelb raus? Dacht man ja nicht gelb raus. Oli aus Lübeck, dankeschön nochmal für'n, für'n, äh, für'n, äh, Sub-Gift-Kuss geht raus, dankeschön. So, was soll und darf ich besetzen? Äh, das musst du im Funk fragen, der Lieutenant. Das sagt dir der Einsatzleiter. Der Lieutenant, da... Lieutenant, woher ist das? Der Lieutenant, lass mich mal... Das ist mein Funkgerät. Nanu? Hm. Nanu, wo ist denn mein Funkgerät? Habe ich das jetzt im... Im Flieger vergessen? Soll ich mit dir ins Holen fahren? Nanu, äh, ja. Ah, oder haben wir noch eins hier auf Lager? Nein, oder? Dann... Dann müssen wir ins Holen fahren. Ich hab das im Flieger oder so liegen lassen. Verdammt! Kann ja wohl nicht wahr sein. Du, Kies, kommt raus. Ah, das ist sogar einer meiner Lieblingsfarben. Geil. Gelb ist keine Mischfarbe, dachte ich mir nämlich, weil es ist einer von den Grundfarben. Oh, Herr Kollege, wie bist du? Wir haben ein Funkgerät hier. Oh! Na tu! Na dann! Ja. Du, Kies. Geil. Sollte gleich wahr sein. Mega! Müssen wir gleich mal hier eins holen. Gleich hier oder was? Nee. Ich glaube, du kannst dir dann keins raus holen. Wie war denn der Döner slash Dürüm? Geil. Richtig nice. Gucken, ob du dir hier ins Haus holen kannst. Ja, dankeschön. Nein. Hier ist kein Funkgerät. Ja, okay, dann müssen wir warten, bis das Sonne ist. Okay. Äh, ich fahre mir inzwischen eins holen. Und der kommt schon, der ist gleich da. Achso. Okay. Ich hoffe, dass der andere Lutern, der können wir auch gleich fahren. Schau mal, die Biker. Nein, das ist kein Biker. Da kommt Simon. Hallo, Biker. Hallo, Simon. Simon, kannst du bitte bald ein Funkgerät rausgehen? Hallo. Äh, ja, kann ich machen. Ich habe das im Flieger stehen lassen, sitzen lassen, was auch immer. Ich bin schon alt und vergesslich. Ach, es da ummacht, glaube ich schon. Ja, der holt schon. Marshall, ist Marshall wieder da? Ja, genau. Marshall. Hallo, Marshall. Hallo, Willy. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Ja. So, einmal das hier für dich. Wie geht es dir? Ja. Danke. Hier geht es hervorragend. Wie geht es dir? Ja, gut erholt. Aus dem Urlaub wieder zurück. Ja. Ja, ja, habe ich vorhin gelesen. Wo warst du? In Österreich. In der Heimat war ich, ja. Ah, und war schön. Hast dich schön erholt. War wundervoll, wundervoll. Viel gegessen. Ja. Das ist gut. Gutes, reichhaltiges Essen ist immer schön. Das gibt es in Österreich genug. Das glaube ich dir. Hallo. Die 50 ist. Du warst nicht im... Grüße. Ich bin eben auf Frequenz. Ja, ja. Soll ich auf der Engine bleiben, Marshall, oder möchtest du, dass ich die Ambulanz wieder besitze? Ich mache gleich Einteilung. Alles klar. Kann ich mit jemandem mitfahren? Ja, wir machen gleich die Einteilung. Okay. So, warte mal. Haben wir jetzt noch gefunden. Ah, ein Simon. Perfekt. So. Was wirst du heute machen? Wir treffen uns gleich alle vor der Halle. Und dann machen wir die Einteilung. Okay. Wer was übernimmt. Ich würfel dann vielleicht noch ein bisschen durch die Gegend. Und was machst du heute? Ich bin die Einsatzleitung. Solange bis ein höherer Dienstgrad kommt. Und was machst du da? Ja, euch dirigieren. Gucken, dass ihr alle die Einsätze anfahrt. Die Einsatzkoordination. Alles klar. Danke dir. Und dann auch schauen, dass alles gut läuft. Okay, okay. Dann gehören wir mal nach draußen. Oh, wer ist denn hier? Hallo. Warten wir mal noch eine Sekunde. Habe ich diese Dame schon mal gesehen? Wenn alle einmal, dass die soweit fertig sind, einmal vor die Quartekalle, dann mach ich eine neue Einteldung. Hallo, Willi. Hallo. Habe ich diese Dame schon mal gesehen? Äh, ja, einmal. Oh. Mir sogar zweimal, glaube ich. Ich bin schon alt. Ich kann mich nicht immer an alles erinnern. Ich glaube, du musst hier mal einparken. Die fucks total rum. Jawohl. Die Türen sind alles kaputt. Hallo, Willi. Hallo. Möller, ist sie nicht warm? Ach, ja, ich, ja, ich, ja, ich, ja, ich ziemlich gleich, um jetzt respektlos zu gehen. Und lasst uns heute gemeinsam die Stadt sicherer machen. Das machen wir. So. Dann schauen wir mal. Simon, wenn das so klar ist, wir kommen in unserer glorreichen Runde. Ja. Ähm, du. Übernimmst, äh, die Leitung von Unit 1. Mit Engine 1 und Ambulance 1. Die kannst du auch so weit nach dem Punkt schon mal. Also das können sich alle dann komplett neu umtragen. Dass das dann vernünftig passt. Dass ihr dann unter, äh, Simon steht. Warzeuge. Ähm, du nimmst bitte eine Rescue. Äh, und die Unit bleibt mit den Fahrzeugen, wie sie sind. Dann, ähm, Unit 2. Julien, die übernimmst du? Ja. Willi jetzt da ist. Willi, du wolltest dir auf der Engine mitfahren, ne? Äh, das ist mir egal. Ich bin offen für alles. Möchtest du mit Julien auf eine Engine? Gerne. Sehr schön. Dann nimmst du unseren Willi mit. Jawohl. Mit Engine 2. Dann nimmst du unseren Willi mit. Ähm, Möller? Ja. Du übernimmst dann die Ambulance 2. Wir haben heute mit dieser netten Dame hier einen Dienst. Äh, Julien, du bist dann, äh, Korin von Unit 2. Mhm. Die Herrin. Ambulance 1 und 2. Und, äh, Unit 3 bleibt so, wie es ist. Okay. Ja, der Herr Howard ist ja noch bei uns. Dann hätten wir ja zwei Ambulanzen. Dann würde ich auf eine Leather gehen, wenn das okay ist. Äh, Herr Howard ist auch noch bei euch. Ne, Herr Howard kommt da raus. Ah, alles klar. Ich glaube, seine Haare brennen. Die müssen wir mal löschen. Ja. Herr Howard übernimmt erstmal die Engine 3. Vorhin Unit 3. Warte. Kopf her. Der Herr brennen. Der FDA ist frisch erholt von Bertha. Ui. Ja, dann vor ich hole dich. Genau. Ich würde ihn einmal abholen mit der Ambulance. Ja. Ha, voll viele von FDA, geil. Ja, wir sind unterwegs. Ja, wir sind unterwegs. Dann ist dort, ähm, auf Engine 3, zwei Leute drauf. Super. Und, wir sind Engine 2. Ja, mit Willi. Ja, du musst Willi noch mit eintragen, bitte. Ich hab's nicht so mit dem... Hallo. Willi ist aus der Zeit, wo es, äh, wo noch mit, ähm, Meißel und Hammer auf einer Steinplatte geschrieben wurde. Nein, wir haben gemorst. Aber, es dürfte stolz auf mich sein. Ich hab mir vorhin ein Taxi gerufen mit dem Mobiltelefon. Ich war auch ganz überrascht, Willi, dass du eine E-Mail geschrieben hast. Ich, das... Ja. Dass er einen Brief von dir kommt. Ja, das hat mein Schwiegersohn für mich gemacht. Wie er... Wie heißt das? Äh, der hat mir das gesagt. Irgendwas, so ein Viva-Team, oder wie das heißt. Okay. Der hat gesagt, ich soll das downloaden. Und dann, äh, kann er auf mein Handy und so zugreifen. Das ist doch gut. Ja. 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 Und ich hab ihm dann gesagt, dass er schreiben soll. Ich hoffe, er hat kein Blödsinn geschrieben. Das hoffe ich auch für dich. Weil, sonst kriegst du ja den Ärger, wenn... Wenn er Blödsinn schreibt von deinem Account aus. Ja, genau. Ich bin mal kurz im Tablet verdient. Äh, alles gut. So gut. Habt ihr schon fertig eingetragen alles? Das letzte Mal, wo ich draufgeschaut habe, sah es gut aus. Ja. Ist alles gut eingetragen. Wunderbar, dann würde ich erst mal kurz, ähm, Ten-Ten gehen für Kopie. Ja, mach das. Ja, mach das. Ja, mach das. Geht's dir wohl gut? Ja, Jan. Äh, nicht so ganz. Du bist jung und gehst gleich wie ich. Was hast du gemacht, Jolene? Ich wurde von einem LKW beräumt. Scheiße. Warum? Oh mein Gott. Ein Kopflos, er dachte sich, das wäre witzig. Immer diese Kopflosen. Oh. Das ist ein riesen Orschi. Hm. Ja, das ist meine Lieblings-Engine. Die habe ich auch. Du möchtest zu fahren, Willi? Das ist mir egal. Hast du Fußschmerzen oder was? Äh, ein bisschen, ja. Ja, dann lass mich fahren. Und du sagst, was ich zu tun habe, weil sonst wird das nichts. Äh, ja, wir müssen einmal tanken fahren. Ja, das machen wir doch gleich. Ist ja nicht weit. Das stimmt. Oder, äh, ich... Nein, wir nehmen die. Jetzt hätte ich noch eine kleine, grobe Runde gleich gedreht, aber das geht schon. Ja, hör mal, der schneidet uns hier aber ordentlich rein. Rescue 1 tonight. Wie lange bist du jetzt schon bei der Feuerwehr? Ähm, ein paar Monate schon, glaube ich, schon. Mittlerweile. Und gefällt es dir hier? Es gefällt mir sehr, ja. Das ist schön. Ich bin auch schon sehr lange da. Das ist schön. Ja, aber ich bin Ehrenfighter. Ich bin schon ewig fighter. Ich werde es auch wahrscheinlich immer bleiben. Ich will auch nicht mehr. Ach ja, ist ja auch schön. Ich bin so... immer so ein bisschen... hier... ein bisschen gute Laune zu verbreiten. Das freut mich doch. Gut, dann können wir uns einmal in Tor 3 einparken. nicht den Marschall mitnehmen. Am besten nicht. Schau zu und lernt, Kinder, auf immer ein Auto einparken. Schau zu und lernt, Kinder auf immer ein Auto einparken. Warte mal, ich muss dir den Schlüssel klauen. Äh... Jo, alles gut. Mach ruhig. Wie stinkt der Mond. Ah, das ist Emoji, geil. Minimum zwei Monate für Dienstfahrung. Äh... Rescue auch, ne? Äh... Rescue ebenfalls, ja. Sprich, das nächste Fahrt für Kammer nach. Zwei Monate machen. Ja. Der Herr Stahl, glaub ich, war das, ne? Das hier vor müsste Stahl sein. Boah, könnte ich mir merken. Ich bin stolz auf mich. Also, glaub ich zumindest. Und, Willi, weißt du noch, wer ich bin? Äh... Äh... Ich war der, der das letzte Mal bei den Beikertreffen im Rollstuhl saß. Äh... Ich glaub, ich hab mir die Erinnerungen weggessen im Urlaub. Ah, okay. Ah, da müssen wir neue Erinnerungen machen. Ja. Moin, hier ist der Marc. Mein... Hallo, Willi. Ich... 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 Ich bin... Mein Hirn ist manchmal wie ein Nudelsieb. Das funktioniert nicht mehr so. Alles gut. Spaghetti am Kopf und... Sieb im Hirn. Also, die Engine da drin, die ist schon ein bisschen komisch. Ja. Was? Sage Engine? Die zwei. Hä, wieso? Pimbulence Toil. Tento. Alles gut. So einen leichten Neiger nach rechts, aber... Whatever. Willst du mir sagen, dass ich fett bin? Oh, da hinten hat's jemand aufs Maul gelegt. Ja. Ich glaub, das ist der Kollege, der grad zum Oceans gekommen ist. Weil ich darf hier nach einer Ausbildung... Herr Kollege, kommst du nicht grad ausm Krankenhaus? Ja. Ja. Ich leg's wieder aufs Maul. Ja. Mir geht's gut. Das... Wundervoll. Ja, genau. So kann ich arbeiten. Es brennt. Dann äh... Ein Satz für äh... Fliehen deine Einheit. Jawohl. Dann einmal die Unit 2. Ich treu mal schnell ein. Warte, wir müssen fahren. Vielen Dank. Du... Oh ja, alles klar. Ja, ich bin dann mal los. Okay. Wir fahren. Unit 2 responding 1031. Wer fährt voran? Äh, die Engine fährt voran. Okay. Sind wir alle oder müssen wir noch auf wen warten? Ne, wir sind alle. Okay. Keine Sorge, Kind. Wir fahren schon langsam. Nein, langsam nicht. Wir fahren sicher. Aus dem Weg. Einwohner. Jetzt komme ich. Ich bin wieder hier. Oh, ein Tankstellenbrand. Oh nein. Oh nein. Wo sollen wir uns positionieren? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Du kannst einmal quasi jetzt links in die Straße rein fahren. So nahe? Ja, und dann einfach ein bisschen fahren. Die Tour ist zartig sein. Weiter, weiter, weiter. Und hier kannst du stehen bleiben. Genau, dann machen wir einmal... Du kannst dir eine Wasserversorgung herstellen zur Engine. Und ich spür dann einmal die Straße ab. Okay. Ging das nochmal? Oder war? Hombre. Das sag ich. Unfall. Ja. Wasser... Äh... Wasser... Schlauch. Ähm... Ambulance 1 beginnt mit 360. Ah ja. Ich hab's geschafft. Jetzt muss ich hier noch... Yay. Schlauch angesteckt? Team 4. Ich hab's geschafft, Freunde. Stolz! Yeah! Ich warte dann auf den Go-Zwecks löschen. Total Balls! Sollen wir schon auf die Distanz hier? Gucken wir mal. Hallo? Wieso? Haben wir keinen Druck? Wo jetzt? Ja, lass einmal... Vorgehen. Voll! Vollgas! Jawoll! Ich muss den PA noch aussetzen, wie wir gleich. Wenn du blödlöscht. Ja, okay. Ich geh schnell meine Ausrüstung holen. Ja. Oh! Jetzt geht's. Wir haben hier... Oh mein Gott. Möchtest du ne Kamera nehmen? Oder... Na, Willi kann ja gerne mal die Kamera dann gleich mitnehmen. Ich nehm die Kamera, weil die ist für mich leicht für meine alten Knochen. Da nehm ich hier die Kamera... Hm... Was ist denn da vorne? So. Wir haben hier äh... Warte mal, kam das gerade nicht an von Nobody? Servus du Sacklbicker. Reiß die Zauberheit. Bist 75 Zoller mit Anlag. Schönen Grüße an schönen Sonntag. Servus. Grüße an die 75 Zoll und die Anlag. Hier drüben ist noch ein riesen Glutmess, wo wir gelöscht haben. Ähm... Mittlere Säule. Jetzt ist der Schlauch kaputt. Toll. Haben wieder die Ratten reingefressen. Ja, da hat der Marder zugeschleimt. Hau ruhig drauf. Die Pamp wird draufhauen. Ja. Ja, natürlich Regenwasser, was wir hier verbrauchen. Ja, muss ja. Ist ein bisschen besser. Mach mal auf die Decke hoch. Die Lampen hier sind ein bisschen entzunden. Oh, oh. Super. Und noch bitte die Linke. Ein bisschen. Jawoll. Super. Ist alles im grünen Bereich. Perfekt. Dann gehen wir mal hier zurück. Äh... Oh, ich bin schon im Alter, wo die Kamera auch schwer wird. Uiuiuiui. Uiuiui. Der Schlauch. Aua. Au. Alles gut. Oh. Ich bin gerade über den Schlauch gestolpert. Ah, Vorsicht. Uiuiuiui. Okay. Mann. Was ist denn hier? Da kam was aufm... Ah, die Berge sind da. Dann hole ich die mal eben her. Ja. 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 Wer macht das? Gute Mauer. Gute Mauer. Wie kommen wir hier wieder hoch? Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiui. Ich soll einen schönen Gruß zurück ausrichten von der Anlage und dem 75-Zoller. Der sagt so ein Heisel, der hat es nie. Heisel hat er noch nie sagen müssen. Außer wenn man Fotos von dir auf dem Fernseher anschaut. Zu Willi wird die geile Erna passen. Nein, die geile Vivi. Ich nenne mir einfach rum zu Erna. Ich werde dann später mal zu Erna. Ich habe keine Luft. Ich muss meine Ausrüstung wachsen. Ja. Du kannst sie auch ruhig abnehmen. Die brauchen wir nicht mehr. Super. Wir sind soweit fertig. Das ist schön. Wir können eigentlich wieder abfahren. Stattwärker müssen sich um den Rest kümmern hier. Ja, alles klar. Sind die schon gerufen? Die habe ich schon angerufen, ja. Super. Sehr schön. Steig ein, Frau Kollegin. Ambulance. Die ist 10-5 keine left. Wieder zurück zur Wache, oder? Positiv. Was ist das da vorn? Marshal? Das ist gut möglich. Marshal? Aua. Hallo? Der fahrt. Oh, das war eine zu früh. Doch passiert alles gut. Egal, war ein Umweg. Bin ja auch Feuerwehrmann und kein Navi. Ich fahr' einmal lieber mit dem GPS. Das ist immer super. Das sagt mir, wo ich hin muss. Und nicht mein Kopf. Ja, das ist praktisch, natürlich. Geht mal. Aber werden die Superjets heute schon wieder nicht eingeblendet, oder was ist da los? Oh, Nanu. Das ist auch gut. Oh, wo fahr' ich hier? Unit 2. Achso, noch mal tanken, oder? Ich zeig' dir mal was. Ja, können wir noch machen. Oh, oh. Herr Kollege, beim nächsten Mal musst du schneller sein. Doch, doch kann ich gut mitleben, Willi. Alles gut. Oh, oh, oh. Bisschen Spaß muss sein. Da kommt das Glück von ganz allein. Genau. Oder ist... Wir merken, unser Humor ist aus Stahl, wenn wir an der Tankstelle Spaß machen mit unseren Autos. Na klar. Humor ist aber trotzdem Lachen. Braucht man in unserem Job. Das stimmt. Ja, den brauchen wir tatsächlich. wieder auf die drei. Genau. Was haben die vorher zu unserer Engine gesagt? Äh, dass die hier ein bisschen komisch drin stand, anscheinend. Ein bisschen schief. Ich bin nur ein Heidisch. Ich bin nur ein Heidisch. Wieso soll ich Erna heißen, weil sich der Chat gesagt hat, zu mir würde eine geile Erna passen. Da habe ich gesagt, nein, eine geile Vivi passt besser, aber wir nennen sie dann später, wenn wir alt sind, ihn Erna um. Erna. So. Voll getackt. Voll. Ja klar. Alles voll. Wir sind auch schon wieder da. Wo waren sie? Wir haben sicher ein Eis. Ein Hörnchen vom Baum gerettet. Er möchte hier rüber. Also meinst du weggehen nicht, dass ich noch angefangen werde? Nein, bitte nicht. Geh mal in. Nicht noch mal. Nein, Suli, nicht noch mal. Ganz böse, ne? Jetzt kommt zu essen. Suli, du musst dich anders rumdrehen. Oh. Ich wollte gerade mich so an den Blättern hier ein bisschen kraulen lassen. Das war gerade angedeutet. Ja, nur zu. Wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ja. Das ist gerade so kühlen. Das sind die, das sind die, das sind die, die, die Hildegard ist das die Pflanze. Da wurde vor kurzem mein Officer uns ausgesucht gebracht, meine Schwester Bertha. Diese Pflanze und die Blätter nennt man Hildes. Nicht von uns. Aus dem Strauch Hildegard. Also mitgehe ich, deine Engine ist fertig, ne? Ne, gar nicht mal was. Gar nicht du. Ja, doch, die haben wir schon abgeholt. Aber die steht schon da. Ach, die ist schon wieder da? Alles klar, perfekt. Komm mit in unseren Kreis. Kreis der Seligen. Habt man herzlichen. Komm her. Super. Wissen Sie, was geht, was geht? Oh, nicht viel. Ambulanz, ich will jetzt 1087. Willi, wie war dein Urlaub? Wundervoll, wundervoll. Viel gegessen. Gewandert. Wo war es denn im Urlaub? Österreich. Und Alpen besichtigt. Drück in die Heimat. Nein. Ja, auch. Ja, Berge. In den Alpen direkt war ich nicht. Da hab ich mehr gegessen, als was ich hoch bin. Aber egal. Bin schon ein alter Mann. Darf ich das? Hallo, du Dürmer Vogel. Kann mich irgendwer zum Ausfluss fahren? Was hast du mit deiner Ambulanz gemacht? Ich hab Puck gemacht, nochmal in Code Zero. Ah, nein. Er ist ein dummer Vogel. Nee, ist er nicht. Okay. Warte, du möchtest einmal hoch. Ja, warte, wir fahren ihn als Unit. Ja, dann fahrt ihn als Unit. Okay. Wer ist als, wir fahren ihn als Unit? Oh. Ich denke, sie fassen auf. Tritt im Ocean. Ja. Domme Karl, danke fürs VIP-Werkurs. Geh draußen. Gütiger. Licht. Partylicht. Ich dachte schon, die klauen unsere Engine. Ach nee. Aber das sieht aus, als hat deine Engine vorne rechts einen Plan. Warum sehn das alles so? Wir sind nur neidisch. Ja. Wenn ich vorhin zum 1190 hineingefahren bin, da waren auch sämtliche Türen am Klappern. Da haben die Schlösser nicht mehr gehalten. Okay. Da hat es jemand geschafft, sich bei der Tankstelle im Ocean zu überschlagen. Okay. Ach, die schaffen das regelmäßig. Das wird wahrscheinlich Speedy sein. Bei der Tankstelle neben dem Ocean? Ja. Ab und an tanken die dort und dann kann das schon mal passieren. Beim Tanken sich überschlagen? Ja, nee. Die fahren da meistens über den kleinen Bordstein, der da ist. Aber die kleine Erhöhung. Gibt's dort Verkehrskameras? Kann man sich das anschauen? Leider nicht. Schade. Da hätten wir jetzt was zu lachen, aber ganz schön. Ja. Das stimmt voll. Wir suchen gerade den Weg für meine Ambulance hier hoch. Man müsste dort die Dashcam davon einfangen. Äh, geht ihr wo hoch? Na, ich hatte den Kurs hier und meine Ambulance hat dann nur Abgang gemacht. Äh, einmal bitte zum Standort. Marshall ist begeistert. Bin dann drauf. Von den Taten. Ja. Dommi Karl, danke schön für den Abgift. Warte mal, ich starte mit meinem Tippin. Das kann ja nicht sein. Ich kann mir die einblenden schon wieder nicht, oder wie? Kack, Superschat einblenden. Da wieder YouTube heute wieder vergeigt, ne? Ah ja, Freunde, morgen könnt ihr euch auf einen geilen Special-Stream freuen. Ah doch, ist einfach wieder nur mein Ding abgekratzt. Wo stehst denn du? Morgen, äh, so um 19 Uhr, 19 Uhr, irgendwas. Könnt ihr euch auf einen geilen Special-Stream freuen. Schreibt euch das schon mal im Kalender. Das wird nice. Das wird nice. Ich werde nicht sagen, was, wie, wann, wo. Also, wann, ja. Aber ich werde nicht sagen, was und wie. Das werde ich nicht sagen. Da müsst ihr morgen selber am Stand sein. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, Abo hier lassen. Äh, die Glocke hauen. Ja, und Discord und Instagram da sein. Kriegt ihr auf jeden Fall Benachrichtigungen ohne Ende. Ah, seid euer wieder. Also, seid gespannt, seid gespannt. Wird mal was anderes und coole sein. Ja, wir haben sie gefunden. Ja, siehst du, perfekt. Hat der Vogel toll geparkt? Er hat wirklich super geparkt. Wie, wie kommt es dazu, dass du ein Vogel bist? Also, ist das so, ich war froh, dass du nicht im Wasser gelandet bist. Oh, ich bräuchte von irgendeinem Pflaster. Ich wurde gerade angefangen. Ich habe ein Französer-Pflaster dabei. Oh, ja, das kriegt ihr gerne. Warte, ich mach den Platz. Oh, wo brauchst du das denn? Wird hat schon geleakt? Am Arm. Scheiß auf ihn. Scheiß auf ihn, Alter. Scheiß, scheiß auf ihn, aber. Als ob das bei mir nichts drauf hätte. Ja, der Bratan, der Bratan behält nichts für sich, ne? Unglaublich. Unglaublich. Aber ich habe sie noch nicht bestätigt. Ich habe sie noch nicht bestätigt. So, freut mich. Freut mich für Kurt, wenn er, wenn er um diese Uhrzeit was spielt. Freut mich für ihn. Freut mich für ihn. Das heißt aber noch nicht, dass ich es war. Ja, ja, das will ich verpassen. Das freut mich. Dann soll er doch spielen. Dann soll er doch. Soll er doch machen. EKW. Ich mache jetzt was. Anderes, Mann. Verdammt. Ich wollte gerade sagen, also, warum fragt man der Jürgen überhaupt nach? Sagen wir so, das erste Mal habe ich es hier aufgesammelt, da hat die ein Kopfloser mitgenommen. Ja. Das war das einzige Mal heute. Morgen kommt, morgen kommt 3.0. Ja, morgen kommt wirklich 3.0. Die dritte Version. Anizinischer Notfall. Was haben wir denn? Ja, wir haben wieder Licht und Strom. Oh. Mhm. Super. Mieten auf eine Kreuzung. Antiproch mit dem Stromatik hat. Einsatz für... Oh. Unit 2. Medizinisch habe ich voll... Oh Mann. Nach VKU aus. Ja, Unit 2 responding. Lass mal fahren. Einsatz, Rettung, Fertig, First Responder. Dann vor. Oh. Dann fahren wir mal. Falsche Auto. Oh je. Lass euch überraschen, Freunde, was morgen kommt. Schaut doch nicht wahr sein, verpisst euch. Was wird hier jetzt passieren? LKW mit Auflieger im Vollbrand. Oh, okay. Das ist nicht gut. Oh nein. Ja, das ist gar nicht gut. Äh, wir bleiben auf Abstand stehen. So. Ah, Unit 2 bis 1097. Wo sollen wir uns hinstellen? Äh, stell dich einfach. Fahr noch ein Stückchen zurück und dann kannst du hier vor... vor Straße stehen bleiben. Hier? Ja, hier ist okay. Engine 1, Air Rescue 1. Fahrst du den Mechaniker. Äh, wechsel mal eben alle auf PA. Engine 2, äh, schnelle Angriffsrohr raus, ähm, und Brandbekämpfung starten, sodass wir, äh, rankommen an den, äh, Bewusstsein. Magst du dir auch mal eben den Schlauch nehmen? Ja. Okay, dann starten wir direkt. Äh, korrigiere kein LKW. Es ist eine Straßenbahn, die in Vollbrand besteht. Oh mein Gott. Engine 3, Fahrzeug 2, die ist im Fahrzeug von Einsatzleitung bedarf. Straßenbahn in Vollbrand. Und da liegt auch jemand verletzt. Oh je, oh je. Äh, Person erkennbar, mitten in Flammen. Das ist eine Straßenbahn, die heißt... Oha. Äh, zwei Personen erkennbar. Ich geh ran zur Menschenrettung. Ja, ich... Wir bleiben noch auf Abstand. Einmal die Person aus dem, äh, aus dem Gefahrenbereich. Projagen, bitte. 3-0 kommt am 3.3. 3.30. 2-3.1 für den Erdrecksverkauf. Ja, hört. Oh ja, wie geil. Ein geister Eisenbahn, äh... Äh, misitzischer Notfall. Ein geister, äh... Straßenbahn. Ist ja geil. Ja, wollte ich gerade nachfragen. Heftig. Geil. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Er ist die Person auch gefreut. Geil. Da wird ein Däumchen. Informativ, dritte Person noch. Ja, 10-1. Noch eine Person. Das ist ja geil. Okay. Sowas hatte ich noch nie als Einsatz. Das ist cool. Denk dran, das ist aus der Straßenbahn, äh, hier könnten die Stromleitungen auch noch unter Strom stehen. Ach, dann schlau mal zurück. Ich geh jetzt auch mal ins Geschehen rein. Hallo, check. Hallo, check. Eisenbahn, Straßenbahn, ist mir wurscht. Wo kann ich helfen? Ich seh die, ich seh die, ich seh die eher hinten. Siehst die hinten? Äh, wir müssen jetzt erstmal die Personen hier befreien aus den Fahrzeugen. Da ist noch jemand drin. Genau, da ist noch eine. Oh, da ist eine Explosion gewesen. Äh, umkassers, ne, Hauptplatz runtergefreien. Okay, haben wir alle? Na, informativ, drei Personen aus der Straßenbahn geholt. Da ist keine mehr drin. Drauf ist keiner drin. Drunter hoffentlich nicht. Hoffen wir. Ich seh hier keiner. Ich mein, ich seh sowieso nicht gut, aber ich seh hier niemanden drin. Gut, ich seh auch keinen. Dann haben wir da schon mal alle. Aber immer auf Abstand, die könnten geladen sein. Ja. Ich seh hier keiner. Okay, ist keine Person mehr zu erkennen. Gut, dann gehen wir erstmal. Wie können wir sowas bergen? Wie sollten wir den einen vielleicht mal drehen? Einsatzleiter für FD-11? Die wichtigste Frage ist, seit wann haben wir Straßenbahn? Na, ich bräuchte hier hinten bei meiner Position vor meiner Ambulanz noch ein FD-Leiter oder ein... Sollten wir den vielleicht mal versuchen zu drehen? Ja, am 1. Gut, ich geh mal eben, äh, sagen. Ja, die lasse ich gleich, ja die lasse ich gleich rüberbringen zu der Ambulanz und sammeln lässt. Gut, äh, keine Person mehr in den Bahnen dran. Dann, dann einmal soweit, ähm, die Sicherheit von den Fahrzeugen her, äh, von den Zügen herstellen. Dann, dass da nix weiter, ähm, die Temperaturen passen, dass da keine weiteren Gefahren von ausgehen. Okay. Okay. Dann gebe ich das mal an die Kollegen weiter. Macht jeder quasi einen Wacken einmal, soweit. Also sollen wir jetzt drehen oder so lassen? Äh, drehen nicht. Ich will dann erstmal nur die Sicherheit herstellen, dass da nix passieren kann. Was heißt? Äh, ja. Was heißt? Geh in der Sicherheit. Temperatur runter, dass da nix mehr passieren kann, dann soweit sicher machen. Temperatur hab ich gekühlt. Temperatur, höchste Temperatur, die ich hatte, waren, äh, 35 Grad. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Wir müssten doch schauen, zwecks der Spannung. Aber vielleicht sollten wir da die Stadtwerke holen. Ja. Die Stadtwerke müssen, äh, Strom ausstellen. Ja. Wir sollten das mal tun, dass wir hier nicht Hochspannung drauf haben. Hat das, äh, der Lieutenant gemacht? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So, wie schaut's aus? Rechenkreis stehen und treten die Stadtwerke für die Hochspannung ausstellen. Ja. Äh, höchste Temperatur war noch 45 Grad sinkend, das ist sowas gut. Aber wir sind noch wegen der Spannung unsicher. Mhm. Ich glaub, die Stadtwerke können aber nicht einzelne Blöcke abstellen, oder? Wenn sie anders abstimmen, ist auch in Ordnung. Okay. Dann brauchen wir nur jemanden, der die dann während des Strom, äh, abtransportiert. Ja, ähm, gut. Personen waren keine weiteren im Gefahrenbereich, Temperaturen passen, hat er gesagt. Ähm. Ja, dazu noch halt Strom. Ja. Dann einmal bitte noch eine Absperrung da vorne aufbringen, dass keiner jetzt in den Bereich reinfährt, wo, ähm, die Stromleitungen noch beschädigt sind. Mhm. Wenn er rüber geht, äh, zu der Kreuzung und dort absperrt, dass hier keiner reinfährt, äh, einmal bitte aufpassen, dass ihr nicht über die Stromleitungen lauft, ja? Jawohl. Ja. Und, ähm, ansonsten aber trotzdem, auch wenn die Temperaturen erstmal soweit passen, noch weiterhin, äh, Wandschutz für die, ähm, Waggons darstellen. Jo. Cool. Und Julien? Ja. Du gehst erstmal bitte mit ins, äh, verwundet und sammelt Nest und guckst, dass du da eventuell mit unterstützt. Jawohl. Sollen wir jetzt schon mal die, die, äh, Abtransport hier rufen? Ähm, ich habe jetzt erstmal die Stadtwerke verständigt, dass sie erstmal den Strom abstellen. Oh. Ich hatte nur die Idee, dass... Newton's down alive team? Ja, wunderbar, wir haben hier eine verunglückte Straßenbahn, ähm, mit, äh, Stromleitungen, wo wir unbedingt den Strom abstellen müssen. Ja, danke. So. Es war nur die Idee, dass wenn der Strom aus ist und hier schon zwei Abtransporte hier sind, dass man dann schneller gewährleisten kann, dass wieder der Strom an ist. Bin, bin ich, bin ich schon dabei. Okay. War nur ne Idee. Aber danke, Willi. So, äh. Warte, ich geh mal zu Scholin. Wo ist sie? Ah, da hinten. Freunde, lass mal hier nen Like da, let's go. Auf die 10 Likes. Was, was soll ich machen? Ähm, du kannst bei der Brandabstieger Nachts die Fahrrad fahren. helfen. Heiß bitte mit dem Schlauch. Äh, gucken, dass da liegt noch mal was entflammt. Entschuldigung, jetzt ganz kurz. Zwei Sekunden. Schlauch auspacken. Ich probier mal, ob ich mit dem Hydranten verbinden kann, weil dann kann ich das Ding gleich wieder voll machen mit Wasser. Mit Watter. Oh. Ich glaube, ich muss umgekehrt. Kage! Muss man wieder hier so. Elektro, Dankeschön für dein VIP. Dankeschön. Schlauch. Jetzt hier rein. Verbinden. So. Gut. Wir machen jetzt gerade Brandabsicherung. Das heißt, da drüben sind schon die Startwerke. Das heißt, die müssen jetzt mal bald den Strom abdrehen. Sodass wir dann den Abtransport von diesem ja, von dieser Straßenbahn slash Waggon slash was auch immer gewährleisten können. Straßenbahn, U-Bahn. Misch hier in der Stadt aus allem. Einsatz für Unit 1 verrannt an der Promenade. Zeit vor, hier in der Stadt. Das ist korrekt. So, wir stellen jetzt einfach mal sicher. Weil Wasser und Strom verträgt sich nämlich nicht gut. Wir hatten jetzt hier gerade drei Verletzte, eine verunglückte Straßenbahn, die Los Angeles Metro. Und die war auch im Vollbrand. Also irgendwas hat sich da kurz geschlossen. Und die Stadtwerke strehen jetzt gleich den Strom ab. Das wird geil. Weil dann können wir es nämlich abtransportieren. Ich weiß nicht, ob da hinten da schon die Mechaniker sind. Ja, es ist weg. Ach, ich war das. Hallo. Strom ist ab. Ich kann einen Kollegen bescheid sagen. Informativ, der Strom ist jetzt ab und die Gefahrenlage ist jetzt gesichert. Alles klar. Viel Spaß. Danke. Warten Sie noch hier, bis Sie denn wieder anmachen oder wie? Ich glaube, wir wussten es doch schon. Ihr ist wunderbar ausschalten lassen, weil es muss ja irgendwann sorgt werden. Ja, es muss abtransportiert werden. Ja, wir sind die Mechaniker, glaube ich, da, oder? Ja, aber sobald wir das hier wegbringen, können Sie die Straße wieder freigehen. Können wir machen, ja. Sie müssen ja auch wahrscheinlich noch hier die Straße nachbearbeiten. Die Gleise und alles sind ja alles schon verbogen und so, schätze ich, mal unterhalb. Das guckt mir gleich nach. Gut. Okay. Viel Spaß. Jo. Marshall, weißt du schon, was von den Mechanikern? Ja, die sind auf dem Weg. Okay. Mein Schlauch ist schon wieder kaputt. Ich kann eigentlich die... Eigentlich kann ich ja die Verbindung trennen. Aber es ist ja wieder voll, die Hütte. Schlauch. Hydranten. Abschrauben. Super. So, jetzt ist das Wasser hier wieder voll. Haben wir wieder aufgeladen, hier die Pampa. Super, liebe Kopflosen. Das sind gar keine Kopflosen. Will übernimmt den Brandschutz und der andere Angriffstrupp geht prüfen, wie es aussieht. Äh, mit den Waggons. Jetzt kommen nämlich gleich die Mechaniker. Stemme ich mal hier hin. So. Beide. Zicke, 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 zicke. Jetzt sind ja heute alle gut drauf, ne? Sind wir heute alle. FD-1 hat einen Code Zero. FD-1 ist... ist... Rhaelan. Rhaelan ist eine Person. Rhaelan. 17 Code Zero. Personen sind alle so mit versorgt und auf dem Weg ins Ocean. Ja. Super. Wunderbar, weiß ich Bescheid. Toll. Oh, schau mal. Jan macht einen Hohnwalk. Hey, Michael, bist du's? Du, Lina, hast du das gesehen? Der hat einen Moonwalk gemacht. Ja, hat er. Wie, Michael. Stimmt. Also, bis jetzt so, die Redner sind in der ersten Achse gut. So. Ja, jetzt sind wir nicht mehr im Weg mit irgendwas. Ich bin gespannt, wie wir das jetzt hier dann abtransportieren. Einerseits müssen wir das wahrscheinlich mal drehen. Mhm. Die Frage ist, sollten wir das drehen oder die Mechanik? Das ist ne gute Frage. Was soll man? Das hat sich auch noch mal. Deswegen bin ich auch gespannt. Denk mal, das ist wie ein Auto, nur schwerer. Bestimmt. So ein bisschen. Man muss nur aufpassen mit den Haken oben, dass die nicht irgendwo in ihre Leitung reinkommen. Mhm. Ja, das wäre schlimm. Magst du sonst mal Marschall fragen, ob wir drehen sollen oder das die Mechaniker machen? Ich höre, ich kann ja mal erst fragen, gern. Ich bin mal gespannt, ob wir das drehen sollen. Oder, ja. Theoretisch glaube ich, ist es gescheiter, wenn es wir von den Mechanikern, äh, vom FD drehen, weil es ja doch gefährlich ist, ne, und dass die Mechanikers rein, abtransportieren. Okay, ein Mechaniker ist da. Theoretisch müssten zwei, wie viele Mechaniker sind? Da sind auch nur drei Stück. Jo, also. Ähm, drehen werden wir. Ja. Da meinte Marschall, du hast gleich das Vergnügen, darfst dann den Waggon einmal drehen. Oh Gott. Und ab Transport machen die Mechaniker dann. Oh Gott. Okay. Dann packe ich mal zurück. Ich werde mein Bestes geben. Oh wei, oh wei. Jetzt darf ich das Ding hier drehen. Jetzt habe ich wieder mal einen Meister gefunden da, oder was? Meine Güte. Ich versuche mit Willi mal ein Gespräch über Füße zu führen. Das ist creepy. Vor allem, wenn man heute so eine Frau als, als, als Dienstleitende Offizierin hat. Noch mehr creepy. Also schon mit Männern. Heutige Challenge für fünf VIPs bekomme. Alle FD-Kollegen dazu auf der umgekippten Bahn zu tanzen. Was, was, was? Ich will irgendwie noch ein Erinnerungsfoto machen. Warte, ich frag mal Marschall. FD-Guan. Füllst du einen vor. Marschall. Der hat einen Quid Zero. Marschall. Hallo. Hast du mal kurz. Jetzt kleben wir uns mal die Nespeches um die Ohren. Dürfte ich jetzt ankommen, aus dem Herdtreten, oder? Könnten wir... Ja, du darfst. Können wir nicht mehr. Warten wir noch kurz. Ja. Äh, Willi, was hast du? Ich habe noch nie eine Straßenbahn gesehen. Können wir gemeinsam ein Erinnerungsfoto machen? Schieber sind. Ist noch nicht bekannt. Vollsdrehen. Okay. Ja, klar. Können wir das machen. Kompulenz 2 ist zum Vf zurück zur Woche. Geht mal rauf. Ich mache ein Foto. Ich habe mein Zeug hier. Geht mal rauf. Stellt euch mal auf die Bahn drauf. Ich mache ein Foto. Auf die Bahn. Okay. Da drauf nicht unbedingt, Willi. Nee, ich. Oder die auf der Seite legen. Davor ist gut. Okay, davor. Vor, los, enden wir es mit vor, oder davor vor dem offenen? Nee, vor den offenen. Stellt euch hier davor, dann kann Willi ein Foto machen. Super. Ja. Hat nicht geklappt. Du musst mich immer noch fragen, wieso was passiert ist. Super. Haben wir. Ich liebe diese Stadt, weil hier immer was Verrücktes ist. Das stimmt hier. Oh wei, oh wei. So. Kriegen wir das jetzt hin. Daxi, schau, ich habe dir pures Geld erspart. Hm. Jetzt wird's wild. Okay, okay. Oh mein Gott. Der Moment der Wahrheit. Alles okay, Willi? Ja. Uh. War gerade in anderen Sphären. Ja, habe ich mitbekommen. Warte. Warte mal. Und plopp. Okay. Das, äh. Einer ist erfolgreich gedreht. Sag mal, kriege ich das hier noch hin? Das hier noch mache ich so. Ja, haha. Ja, geil. Ey, wir haben es geschafft. CJ. CJ. Lass mal, lass. Komm mal her. Machen wir geil. Geil. Ey, schau, wie geil wir das gedreht haben hier. Ey. Mach schon mal. Wir haben es geschafft, Mann. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Schau mal. Ist doch toll, oder? Jetzt kriege du... Egal. Was? Ich glaube, die Aufgabe war, die Sachen auf die Räder zu stellen, nicht beide auf die Seite zu legen. Also in meinen Augen steht die eine und die andere liegt noch. Was? In meinen Augen liegen beide. So sieht's nämlich aus. Nein, bei mir stehen beide auf den Rädern. Also, okay. Soll ich euch ein Foto schicken? Ich... Bei mir liegen... Ist die gerade noch rumgefahren und liegen jetzt beides auf der Seite. Nein, bei mir liegen beide auf den Rädern. Äh. Okay. Wirklich. Äh, Willi, du kannst das mal ablegen, die PA. Ich hab alles auf meiner Schulterkamera. Ja, ich glaub dir, das will ja alles gut. Okay. Wie sieht das Bild in deinen Augen gerade aus? Dass beide stehen, dass beide auf der Seite liegen oder dass einer steht und beinahe liegt? Schönen beide. Okay, gut. Weil bei mir liegt nämlich noch einer. Ja, schau mal beide. Ja. Ich hab auf meiner Schulterkamera. Ich hab auf meiner Schulterkamera. Komisch, verstehe ich nicht. Die Wette nicht, äh... Bestanden hab. Engine 2 übernimmt dann... Ey, dankeschön, für 10 Sub gibt's. ...im Abtransport und in... ...Hanningern, Straßenbahn. Ey, dankeschön, mein Gütigster. 10 vor 8. Geil. Ambulance 2. Da mach ich mal mit, da gibt's... Das gibt ein Gütesiegel. Das gibt ein Andel-Gütesiegel höchstpersönlich. Dankeschön, mein lieber Kuss, Kuss, Kuss. Lieber Chat, bitte bedankt euch beim Daxi, der hier doppelt so viel Sub gibt's raus hat, gegen die Wette, die ich nicht bestanden hab. Dann müssen wir gucken, ob die Mechaniker das jetzt, äh, auf einmal wegbekommen oder nicht. Das kann ich jetzt noch nicht so sagen. Der von zwei Schlepper für? Ja, der zweite ist jetzt grad noch auf dem Weg. Okay, dann schauen wir uns wahrscheinlich an. Die Idee ist auch verständigt. Dann, ähm, dann vielleicht die Eleven schonmal, äh... Ne, die ist ja gar nicht hier. Ja, dann warten wir drauf, dass die Straßenbahnen soweit auf den, ähm, verladen sind und dann müssen wir die Abwehrsperrung hier wieder auf. Ja, das machen wir dann. Mir wird gesagt, ich fahr hinterher und schrei jedem an, der zu nah kommt. Ist das richtig? Genau, genau. Sehr schön. Aber wirklich schreien. Wobei, ähm, Willi fährt ja und du kannst dann rumschreien. Genau. Gib alles. Mach die Fenster noch runter, dann ist Leute. Ja. Und dann halt auch gucken, dass halt, ähm, mit den Straßenbahnen unterwegs nichts passiert, ja? Mhm. Also, dass da keine Rauchenentwicklung stattfindet oder sonst irgendwas. Julien, du musst dann einfach über unsere Sprechanlage rausschreien. Und ich hube dann noch hinten so richtig auf nervös. Mach mal was. Also, ja, auf nervös. Und ich bin gespannt, was Jack nachher noch alles anzumerken hat. Glaubst? Ja. Also gleich, wenn ich an der Wache wieder bin. War das etwa eine Übung? Äh, nein. Okay. Ich denke, A, ich denke nicht und B, ähm, ich weiß, dass er auf jeden Fall rumkritisieren wird, dass da hinten die Abwehrung nicht stand und, äh, äh. Dass ich nicht, äh, dass ich keinen Sammelplatz befohlen hab. Ach. Ja, für so einen kleinen Sammelplatz hatten wir ja da auf dem Parkplatz. Ja, aber dass halt beide Ambulenzen, also dass zwei Ambulenzen an zwei verschiedenen Orten stehen und dass das mit Verrundeten an zwei Orte gebracht wurden. Das war echt scheiße. Ja, gut. Aber es waren nicht alle scheiße. Genau. Hey, die Verletzten haben überlebt und die Bahnen stehen. Wichtig ist, dass wir alle wieder zusammen nach Hause fahren, die Verletzten sicher rausgeholt worden und gerettet sind. Ja. Und keiner zu schaden kann. Wichtig ist, dass ich meine Karte vorbeigehen kann. Ja. Genau. Oh, bitte. Das muss ich... Irgendjemand muss davon ein Video machen, das muss ich zählen. Ein medizinischer Notfall. Nein, nein, nein. In der Nähe von FD. Ich... Absolut verlinn. Da ist hier mit dem Tattoo-Studio umgekippt. Ach je. Irgendjemand so ein Kind spielt auf der Straße mit dem Waldfliegen. Hey, oh! Ich hab heute schon Leute angeschrieben. Um den Bewusstwosen anzufangen. So ist es nicht. Das ist unsere... Aus unserem Trupp, oder? Ja. Genau. Das ist unsere Ambulance. Warte mal. Wo steht denn der? Der ist gar nicht mehr da. Der ist schon mit dem Patienten in das Krankenhaus gefahren. Ach so. Okay. Mhm. Da kann man nichts machen. Ja, gut. Ah, so. Ich äh... Ich darf keine Leute anschreien. Ja, ich werde mal kurz die Spezialleute vom, äh... Okay. Wehrlastunternehmen, äh, holen. Menschenheimer Kreuzung sperren. Die Rescue. Einmal der Notfallrucksack. Und vor zum Patienten. Oh. Wollen wir da tolerieren die jetzt? Impfung? Ich glaub mit dem... Äh, mit dem medizinischen Notfallfall sind sie angefahren. Als First Responder. Okay. Super. Engineer braucht bloß die Gegenüber gerade aus Spur und die Spur wo die Rescue steht sperren. Tempo. So. Einsatz geglückt. Alle gerettet. Alles schön und wir gehen auch glücklich nachher aus. Super. Kann schlechter laufen. Eja. Ja. Ach Marshall, sei jetzt nicht immer so kritisch. Temperance 2, 1097. Ja. Er ist ein Perfektionist. Er ist ein Perfektionist. Da muss doch Schlepper ankommen. Ja. Da sind hier so Transall mitten auf der Straße. Es wäre schwierig. Es sind typische Sachen im Weg. Gas Heroes Auto Repairs. Da können wir's gleich reinstellen. Ja. Ich geh mal rüber. Ja. Und das die Experten? Wahrscheinlich. Ja. Die haben so viel PS. Die Frauenentzug waren alleine. Die Experten haben gerade jemanden umgefahren. Ja. Ja. Das sind richtige Experten. Das gehört hinter dem Stadtwerk. Ja. Das hat sich eher nach einem Braunbär angehört. Ja. Da kommt noch ein Experten. Oh. Ui. Schlecht zwei Experten. Schaffen sie doch noch mit einem einfachen Waggon. Ähm. Hier bei den Straßenbahnen einmal die Absperrung bitte komplett abnehmen. Pappen nehmen. Mario. Oh. Der Schwertransport. Ich bin beeindruckt. Also ich finde es super. Guten Tag. Schönen guten Tag. Wie PPS habt ihr, dass ihr einen Waggon damit wegziehen könnt? Äh. Wir holen unsere noch, die passende Firma mit den passenden Fahrzeugen. Ah. Oh. Oh. Ich dachte schon, es kommt so ein Auto, das ist einfach nicht zugelegt. Ja. Wir holen euch an. Mhm. Wir holen jetzt einmal, da ich passende Fahrzeuge, ich schaue das jetzt einmal an und dann kriegen wir die schon weg. Okay. Es sind Experten in jedem Gebiet. So. Servus. Die Absperrung da drüben aber nicht wegmachen, oder? Ähm. Nee. Ich weiß nicht. Alle Hütchen weg? Äh. Da hinten. Ich geh hinten auch, oder? Ja, ja. Alle Hütchen. Okay. Alle Hütchen. Zuerst dort ist, kriegt ein Eislutscher. Ich geh schon mal vor. Das ist mein Eislutscher. Ich komm mir nicht so nah. Beide schau mal aus wie angeschossen. Eddie. Die. All Homeland. Wer hat die hier hingebaut? I don't know. Die können sie mir. Scheiße. Nein. Ich bin zu schwach, um die aufzuheben. So. Ach man, wie ich noch jung war, habe ich die mit der Zunge aufgehoben. Mit der Zunge? Ja. Heute schaffe ich das nicht mehr mit meinem Bizeps. Ja. Ich geh. So. Müssen wir wegfahren? Äh. Ich denke. Weiß ich gar nicht. Homeland. Oh. Wir machen das mit dem Hubschrauber. Schau mal. Ja. 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 Ähm. Dann fahren wir gleich im Komboi zurück. Ja. Okay. Marshall fährt voran oder wie? Genau. Marshall fährt voran. Und dann, ich weiß gar nicht, welche Engine. Wir fahren einfach hinter der zweiten Engine. Okay. Oha. Wir machen das mit dem Hubschrauber. Oh. Oh. Ich glaube, wir haben gleich noch einen Einsatz. Können wir gleich hier bleiben, meinst du? Ach, schuld. Wenn das so weitergeht, können wir hier bleiben mit dem Hubschrauber. Wir machen das schon. FD1 hört? Wohin. Oh. Ich glaube, wir haben hier eine Stoßbremsung. Dave. Ja andu. Was ist denn da gerade passiert? Sehe. Was. Wir gehen heute keine Einblendungen oder wie? Hast du gesehen? Die sind voll reingefahren. Ja, das hab ich gesehen. So was passiert. Arschall braucht noch die Reaktion vom alten Lili. Lili, was glaubst du, kommt das nächste Einsatz? Weiß ich nicht. Das ist ja immer unterschiedlich. Meistens sind Unfälle oder Brände. Eins von beidem, wahrscheinlich. Müsstest. Gleich nochmal Engine wegfahren. Unfälle oder Brand. Beides. So wie jetzt. Ah, naja. Also am besten, ja, Brand, wenn es keinen Personenschaden gibt. Das ist mir immer am liebsten. Jetzt war gerade alles und voll Brand und Personenschaden. Genau. Das ist nicht so schön. Hast du mal schon eine Straßenbahn geboren? Oder gehabt, eine Verunschuldung? Tatsächlich nicht. Das ist das erste Mal gewesen. Das AMR geht schon wieder aus dem Dienst. Die sind aber nicht fleißig, so wie wir. Nein, das war ja passiert. Das ist Dankeschön fürs VIP, wer am Kuss geht raus. Das ist ja süß. Heil Ewigkeit, wo man sich nicht gesehen hat. Ja, ehrlich. Dies ist ja. Irgendwie kommen heute keine Ding rein. Die kommen da vorne, ne? So, warte, ich trage uns mein Eben zu. Irgendwie spackt heute, TipiStream. Ja. Da kommen wir heute keine Einblenden. Äh, Unit Reset, ja. Ambulance 1, 1076, auf den Weg ins Ocean. Eine Person, Red Tag. Unit 2 und 3, 1024. Ach, stimmt gar nicht. Wir sind, egal. Äh, boah, ich glaube, die ganze Zeit. Meine Ambulance ist... Stimmt, uns ist auch irgendwo. Warte mal, ich probiere mal wieder nochmal. Ne, I'm Blenden, Relounge. Irgendwo, aber ich weiß nicht, wo. Also, wenn ich wetten müsste, steht er irgendwann wieder am Hauptplatz. Ich kriege sie angezeigt, aber sie werden heute nicht in den Stream übertragen. Hä? Die hat so vergessen, sich umzutragen. Habt ihr es aber eingestellt? Dieser Vogel, ehrlich. Vogel? Ja. Der hat ne Meise, der Junge. Der hat ne Meise. Ja. Ich schau mir das jetzt an. Das ist... Muss ich... Er heißt nämlich wirklich Vogel. Mit Nachnamen. Deswegen passt das jetzt gut. Oh, okay. Oh, ey. Oh, hier muss man ja runterscrollen. Wir können deine Spenden einblenden sehen. Hä? Warum sehe und höre ich sie selber nicht? Wir haben einen Relounge. Oh, ich hab den ganzen Tag so ein Ohrwurm, ey. Das ist nicht mehr normal. Das müsste bei mir nochmal in OBS... von diesem komischen... Das sind Übertypen. Das gibt's ja nicht. Baby, baby, baby. Oh, yeah. Ich kann das nicht mehr. Das nervt mich gerade. Kommt keine Spende durch. Dachte ich mir schon. Okay. Ich probier den Link einfach neu einfügen. Sehe nur ich das so, oder... Ist die Engine normal so... Ging's am Anfang vom Stream, kam mir vor, ging's, gell? Irgendwie... Also diese Engine, die ist schon komisch, oder? Der Boden hier ist nicht ganz gerade. Ja, der Boden... Der Boden ist schuldig. Da gibt's ja diese Böden, die so ne integrierte Drehplatte haben. Ja, ja. Ich glaub, sowas haben wir hier. Der Boden ist schuldig. Mhm. Aber tatsächlich ist es einfach nur die Engine, dieses Modell. Hör mal ganz zu. Die ist doch voll cool. Ich mag die. Ja, ich seh, wie cool die ist. Ich find die zwar echt komisch, ne? Du hast ja eigentlich hinten auch noch Sitzplätze. Oder warum? Ja, manchmal gehen die Türen auf, aber ganz oft einfach nicht. Das ist ganz komisch bei dir. Ich hab festgestellt, du kannst... Was ist denn heut schon wieder los? Warte mal. Ja, ja, was war schon. Wir haben die Engine schon mal zu sechs gefahren. Beziehungsweise nicht gefahren, aber... Wir haben uns mal zu sechs da einfach nach dran gemacht, so. Warte, so wie beim Blaupur. Genau. Ungefähr so, nur dass du bei der Meldsfunde vorne zwei sitzt hast. Wir sind mal hier ein Blenden. Ich meine, ich würde da hinten nicht stehen wollen, wenn ich... Irgendwie geht heute die Einblende nicht. Also, dass sie in den Stream transferiert wird. Also, bei meinem, äh... Aber am Anfang ging sie noch, oder? Bei meinem, äh, bei meiner Anfangsfahrt da, wo man die machen muss. Am Anfang kann man ja noch zu uns. Ich glaub, da hat Tipi-Stream gerade einen Ausfall. Ich krieg sie hier angezeigt. Ich krieg sie hier schon nach fünf Metern verloren. Ich krieg sie angezeigt, aber... Ich krieg... Sie werden nicht, äh, mit dem Link... ...auf dem Stream übertragen. Ein richtiger Schmutz. Christopher, danke für den Euro. Ein richtiger Kackbratzen hier. Er will da seinen Tank auffüllen und fährt dann um. Irgendwann gut, dass dann noch einer steht. So. Kleine Nachgespräch, ob wir noch kurz von... ...sobald dann die anderen auch da sind. Jetzt eine 500 Euro spenden und keine Einblende. Das würde mich fertig machen, seelisch. Das würde mich fertig machen. Daxi, für die anderen fünf VIP machst du sicher jetzt den Flitzer durch, das ist FD. Gut, dann... Danke für den Euro. Ich glaub, da hängt einfach Tipi-Stream heute mal wieder. Okay, tschüss, Jolien. Tschüss. Oder soll FD-8 auf irgendwoher gehen, weil der Paramedic ist? Marco, ich hab noch nie eine 500 Euro Spende bei Ansel gesehen. Tatsächlich kam sie aber schon echt verdammt oft, muss man ja sagen. Also ich bin nur noch circa eine Viertelstunde da. Sonja, danke für den Euro. Testspende, es kommt nichts durch. Ich kann nicht einmal die eigenen einblenden. Dann kann ich, wenn ich sie relaunche, sie werden einfach nicht in den Stream übertragen. So eine Scheiße. Ich krieg sie da schon angezeigt und sie kommen durch, aber sie werden nicht in den Stream übertragen mit dem Sound. Nicht einmal die, wenn du in der Anwendung im Test bist. Ich glaub, da spackt gerade Tipi-Stream im Haar drum. Das ist alles kein Problem. Direkt auch im Zoom ist das gesunde Arm, der hat es in den Tanz der Wünsche und auch in den Rechner auf. Tschüss. Ich geh mich mal duschen. Ja. Oder doch nicht. Haben wir da wo die Dings hingeflogen? Ja. Stimmt die? Die Straßenbahn? Ja gut, aber da haben wir jetzt kein Engine vor. Obwohl, die haben nicht gesagt, wo sie die hinbringen. Ja, wenn sobald Jolene wieder da ist, äh... 29 mal 500 Euro, sag ich ja, Alter. Hallo? Das ist ja hier schon wahr. Du hast einen Einsatz. Ich hab einen Einsatz. Einsatz für Engine 2. Brandschrottplatz. Ich hab noch nichts filmen mit der Dusche. Der Schrottplatz in Zendien. Wir fahren. Spilly weiß wohl. Hey. Sie hat sich gerade nicht aufsperrt. FD-18, 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 FD-18. Sollen wir jetzt auf jemanden warten? Äh, nö. Wir fahren. So, was ist denn? Zum Schrappplatz. So, zum Rand. Wir fahren. So, wir haben einen Einsatz. Äh. Ja, das ist... Das ist ärgerlich, dass da heute... Oh. Umfahren du, wie sie wollen. Das ist ärgerlich. Taxi, danke auch für einen Euro. Das freu ich mich auch ganz oft. Aber ändern tut sich leider nicht. Der bleibt mitten auf der Kreuzung stehen, der Idiot. Wieso? Keine Ahnung. Linken einfach. Machen einfach. Check, hörst du euch? Ja, man hört dich. Aber da geht irgendwas mit dem Verbindungslink nicht. Weil es ist komisch, dass es mir angezeigt wird beim Fenster nebenso. Es kommt an. Aber es kommt halt rein, nur nicht die Einblende samt Sound durch. Also die haben heute irgendwas wieder komplett vergeigt. Bei mir kam nämlich so vor, dass die ersten Einblenden funktioniert haben. Und das dann auf einmal abrupt, ja, aufgehört hat zu funktionieren. Das Problem ist, ich glaube, ich bin gerade der einzige so aus dem Kreis, der gerade streamt, dass man schauen könnte, wie es bei den anderen ist. So bei Kurt oder wie auch immer. Aber ich glaube nicht, dass der gerade streamt. Ich meine, vielleicht streamt er ja doch oder so. Ich weiß es gerade nicht. Oder irgendjemand anderes. Weil wir sind alle bei Tipi. Dass man es wenigstens testen könnte. Aber es ist keiner da. Ärgerlich. Egal. Wäre ja nicht das erste Mal, dass Tipi Stream spackt. Aber hey, Freunde. Immerhin. Für die Leute, die die Einblenden genervt haben. Heute habt ihr mal einen Einblenden-freien Stream. Ist ja auch was Gutes. Hauptsache meine eigenen gehen, oder? Ja, die gehen nicht. Oh. Er kam auf einmal vor meine Nase. Ja, alles gut. Kopflos. Wo soll ich mich hinstellen? Ähm, wir fangen jetzt einmal durch das Tor und dann direkt nach rechts. Und dann kannst du hier stehen bleiben. Gut, dann rüsten wir einmal um auf PA und dann machen wir einmal ein 360. Hi, ich darf sie dann gleich mal den Feuerlöscher mitnehmen. Okay. Haben wir. 360 ist ein Rund-Check. Entschuldigung, 97 und beginn 360. Ja, genau. Wir laufen kurz in einem auf dem Feuerlöscher und schauen, dass da irgendwelche Personen sind. Okay. Das sind nur Flugzeug-Bracks. So. Jet will einen CJ haben. Da müsst ihr doch... Da müsst ihr noch weiter rein spammen. Hashtag CJ oder haben wir das Emoji hier? Ihr wisst Bescheid. Gestütztes Flugzeug oder so irgendwas. Hier. Ja, das sind Autos sind das hier. Hallo. Bei mir ist soweit Zauber. Ja, bei mir auch. Dann können wir mit dem Löschen weggehen. Gut. CJ kommt, wenn er noch weiter spammt und wenn das Feuer aus ist, dann kommt er. Vielen, wenn es zu ist, dann freut es uns zur Woche. Achso. Das geht einfach ab. Okay. Also Freunde, ihr müsst jetzt weiter rein spammen und dann, wenn das Feuer aus ist... Hallo. Hallo. Einen wunderschönen. Und Tempix an der Woche. Also Freunde, wenn ihr heute was spenden wollt oder so, macht das nicht mit der Wartung, dass das heute mit der Einblende funktioniert. Dann können wir einmal drauf rein. Der Staat hat dir 400 Dollar gutgeschrieben für deine Dienstleistung. Ein guter Tageslohn, steht vor allem beim FD. Über der Feuerwehr kriegst du 400 Euro Tageslohn. Kannst du mal die Kamera nehmen? Ja. Den Schlauch noch zurück. So. Machen wir mal die Kamera. So, ich muss mal näher dran. Gut. Du kannst schon mal in den Busch hier links hinhalten. Da ist noch recht viel Hitze. Weiter spammen, weiter spammen. Da ist noch dahinter, ist noch ein Strauch mit einem hohen Bogenstrahl rein. Ja. Da in der Mitte, das Auto hat noch recht hohen beim Kofferraum hinten. Und der Strauch da hier rechts noch. Ja, cool. Jetzt sieht es gut aus. Sehr schön. Dann sind wir fertig. Super. CJ, wir haben es geschafft. Komm mal her, du Sackgesicht. Wann wir hier rein? Freunde, tagt schön für euren Support. Lasst sie gerne ein Like da. Und ja, wenn euch der Streaming gefällt, dann macht es. Danke für alles, für den Support. Gruß geht raus an euch. In diesem Sinne. Warte mal, ich ziehe mich nur kurz runter. Ja, alles gut. Wir haben Zeit. Das haben wir gut gemacht. Das haben wir gut gemacht, ja. So. Also, auf was haben wir getippt? Hast du Brand gesagt? Was ist das Nächstes passiert? Also, ich hatte gehofft, dass es ein Brand ohne Personschaden ist. Das war's. Das war's, ja. Gut getippt. Bin ich auch froh drüber. Das war jetzt nicht allzu schlimm. Da brauchen wir nicht mal die Stadtwerke, weil es eh ein Wrack gebrannt hat. Das machte dann keinen Sinn. So, liebe Scholin, was glaubst du, kommt jetzt das Nächstes? Blinnst du, Tento? Hm, vielleicht zum Faden. Hm, okay. Verkehrsunfall ohne Personenschaden, glaub ich, gibt's nicht. Hm, naja, nicht wirklich. Ich weiß nicht, was das Nächstes kommen könnte. Ich weiß nicht, ein einfacher Unfall. Ist das auch noch möglich, aber... Irgendwie hab ich das Gefühl, dass irgendwo gerade so ein bisschen stresslos ist. Ich weiß nicht. Hm. Irgendwie ist es, was ich die letzten Jahre so in Erfahrung hab, ist es gerade verdächtig, ruhig. Und auf einmal kommt's richtig so, BAM! Und dann ist viel los. Na, das stimmt. Das war die letzten Wochen ein bisschen öfters mal der Fall. Deswegen, das ist gerade sehr verdächtig, ruhig. Und das ist nie ein gutes Zeichen. Na, wir hoffen einfach das Beste. Oh ja. Verdammt, ich hätte hier abfahren müssen. Ach, alles gut. Oh oh. Wenn das jetzt ein VU ist, hast du gewonnen. Ne, das ist eine Aus... Alle freien Einheiten, Respond, eine ausgebildete Brandmeldeanlage, Casino. Heißt ein weiterer Brandspiel. Alle Einheiten ins Casino, um Gottes Willen. Und ich dachte mir schon, es ist was Großes im Gange. Hattest du recht. Das ist richtig. Ja, Punkt für mich. Oh, Groß... Großbrand im Casino. Oh Gott. Hattest du schon mal einen Großbrand im Casino? Ähm, das sieht man nicht, aber im Ocean. Oh oh. Und wie ist sowas? Einfach Steilung gefährt, der Frost Responders nach dem Konvoi. Wir können ja nicht im Konvoi fahren. Genau. Die kamen ja von oben runter. Siehst du hier ist noch eine Rauchwolke? Da hinten ist jemand mit dem Lamborghini. Ja, wir stellen uns mal vorne an die Straße dran. Ja, Leider hat ein Code Zero, wird er nachkommen. Attent. Du sagst Stopp. Ah, ja. Wir können erst mal hier vorne stehen bleiben. Hier? Ja, erst mal. Ich weiß nicht, wo man uns haben möchte. Gott, was ist denn hier los? Was waren die anderen Dispatches? Ähm. VKU von Kollegen. Im Casino brennt es. Ausgelöste Brandmeldeanlage. Oh Gott, oh Gott. Hm, da sind wir jetzt gerade. Die Engines hier vorne auf der Straße. Die erste Engine weiter zur nächsten Einfahrt. Die andere Engine auch da vorne hin. Rescue. Hier. Wir können doch nicht hier ausstehen bleiben. Ambulances auf dem, äh, Parkplatz, äh, verbundenen Sammelnest aufmachen. Den vor. Äh, erste Engine, ähm, bildet Schnellrohrangriff mit, ähm, und beginnt, äh, Innenaufklärung. Rescue stellt Verversorgung für die Engines hier. Wir sind ja die Zweifel. Ja, relativ tief, Willi und ich sehen das Feuer hier nicht. Äh, kann gut sein, dass... Mächtet ihr schon drin im Gebäude? Nein, wir stehen noch draußen. Also... Wir sind hier, Marshall. Also, statt neben Simon. Äh, wir haben im Gebäude eine ausgelöste Brandmeldeanlage. Ich bin nicht Marshall. Marshall ist da vorne. Ach so. Vor und mit, äh, rein. Äh, geht einfach. Das heißt, wir sollen ein Schnellrohr machen. Und 10,9. Äh, ja, äh, Schlag nehmen. Ich glaube, wir sehen den Brand hier nicht, weil da drinnen der ganze Rauch ist. Oh Gott, Alter, ich bin grad irgendwie voll nervös. Nicht, dass der Schlauch jetzt reißt. Was sollte eigentlich gehen? Äh, die Wärmbewegkamera und, äh, ein Feuerlöscher ist mit rein. Sollen wir noch auf ihn warten, oder? Äh, er nimmt jetzt die Wärmbewegkamera ab. Dann musst du jetzt für uns punkten, dass wir reingehen. Sehr geil. Eine Ambulanz einmal bitte hier vorne dran noch mit, äh, Absperrung und Aufbauen an der Straße. Ähm, Angriffsdruck 2, Betritt Gebäude. Okay. Angriffsdruck 2, Betritt Gebäude. Gut. Dann, äh... Das war ja grad geil. Ich bin schon einmal überall nachverletzten Personen. Da hinten, Qualms! Ja. Okay, ja. Okay. Erstmal Geld abheben. Da hinten. Ich bin schon. Ich bin schon. Oh, Lord! Dann an die Leather einmal bitte hier. For me rescue. Ähm... Bereitstellung. ich höre noch feuer sobald die wasserversorgung auch hergestellt hat von der 2. Engine, Leather & Rescue, nächster Angriffstrupp mit in den Innenangriff Wasserversorgung zu Engine 1 oder Engine 2 nicht möglich, zu weit weg Wasserversorgung zu Leather herstellen und dann, wie gesagt, mit in den Innenangriff der Brand ist oberhalb wo ja, da müssen wir erstmal hier unten weiter gehen jetzt hier links da ist sauber ist verriegelt was ist mit der Tür da drüben ich dürfte auch zu sein, schauen wir mal da hinten, schau mal also wir müssen da oben in den Raum rein hier kommt er zurück, in der Haupthalle okay, danke Chief so, wenn wir jetzt den Weg da nach oben sind das war noch nie im Casino ah, der ist weiter hinten im Gebäude ja, okay ja, voll so eine Flamme um der Ecke ja, links auch da wird es zum Büro gehen da müsste es auch hoch gehen, genau schau mal nach eben und hier unten bisschen unbeeindruckt da sind die Toiletten 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 kommst du da mit dem feuerlöscher leicht dahin so ist einfach okay ich dort nicht hingetraut ist ziemlich nah deswegen bist du die scheffn dann gehen wir hier lang das büro ist auch clear ist auch nix da war jetzt glaube ich noch rechts natürlich oder so die war verschlossen auch müssen wir wieder nach draußen wo es erscheinen vermisste personen noch zu sein die müssen wir müssen wieder nach unten und dass du einmal durchgeben durch mit unserem einsatz das um sauber ist und keine person du könntest mal rumschreien ob jemanden hörst ja wir gehen noch mal hier hinten da sind auch noch mit toiletten und da sind sie schon komplett da hinten haben wir und hinterher bereich komplett durch oder nicht also auf der linken seite ist durch wir kamen von rechts wir haben von rechts und geben noch mal durch die mitte zurück ja vielleicht wer hat denn die informationen gegeben dass hier jemand vermisst wird das weiß ich nicht das weiß ich nicht okay hat dem marschall uns ja so weitergegeben vielleicht hat er gesagt es könnte sein wir könnten noch aufs dach rauf da gibt es ein dach ja es gibt noch ein dach check verstanden ob dort jemand rauf geflüchtet ist schon jemand auf dem dach ist das casinos äh jetzt frage war schon jemand oder ist schon jemand auf dem dach gewesen sonst ziehen wir uns erstmal zurück warten wir mal draußen auf weitere befehle würde ich sagen ja aber wir suchen mal marschall und gucken dann weiter ja roten teppich für uns oh für die helden des tages ja ja natürlich wir haben auch nicht mehr allzu viel wasser hatte das marschall das ist geil mit dir äh also so ist das gebäude äh sauber keine person gesietet äh sollen wir noch hoch aufs dach gehen und da nochmal nachschauen ich weiß nicht ob da schon wer war äh schick den Angriffstrupp von Simon an ok gut dann ja äh Simon einmal dann kommt das dach mit Finken dann vor ähm für ihn ja äh auf dem dach soll es brennen laut Dispatch ja Simon ja höchste Priorität person auf dem dach äh befreien sollen wir mit drauf oder auch von außen warten äh eigentlich würde ich euch ganz gerne losschicken wollen weil wir haben eine ganze Menge VKUs ok ähm dass ihr euch erstmal abzieht äh und die VKUs antrat ok machen ähm Willi ich würde dich dann für die VKUs äh mit erstmal auf eine eigene Engine setzen dass du eine eigene Engine besetzt ähm Willi kannst du dann bitte die 11 9 77 den Dispatch anfahren und Willi du fährst den da drüber an der 10 Minuten alt ist und nimmst den äh ja ja ok mach nicht gut danke mit der Engine ins Krankenhaus fahren wahrscheinlich ne ähm wenn das soweit möglich ist erst mal schauen was da los ist ansonsten kriegt er dann gleich noch eine Ambulance von mir Jo super erstmal dass ihr auf jeden Fall auf der Straße seid Jo machen wir dann fahre ich dich nochmal eben zum äh die Willi dann kannst du dir die Engine holen ja eine Person gefunden begleite sie nach draußen so weit ansprechbar das ist geil beim Casino oh das mit der mit der mit der Meldung da ist ja geil gut ok Jo du musst schauen ob du hinten rein kommst sonst muss ich dich einmal ähm mit äh mit äh nehmen ne ok komm rüber zu mir was das für ein Geräusch ist das ist das ist eine Alarmanlage war das schief aber doch nur bei dieser oder? richtig geil aber ja ähm wo jetz warte so bevor das klappt ja gut dann einmal schauts besser aus bei der Station ich glaube ich muss einen überschlagenen Kollegen oder so oder verunfallten das war das war aber das war aber geil grad beim Casino oh was ist denn jetzt los alles ok bei euch? alles ok bei euch? irgendwie war ich grad sekundenschlaf oder so ok 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 so fühlt sich ja so an wenn man massive Kopfschmerzen hat oder so ok dann darfst du einmal einsteigen so dann darfst du einmal einsteigen welcher ist denn jetzt der richtige? was ist der falsche? eine andere ist bei der Versicherung ne? oh scheiße wo ist denn die Versicherung nochmal schnell? das ist am Oceans dank der scheiße ok ich muss erstmal meine lame ach du kacke engine 2 10 97 ich geh nochmal kurz sicher ob ich jetzt den richtigen Dispatch hab schau ich hab's irgendwie gewusst dass es kommt so die Ruhe vor dem Sturm den hab ich richtig geiler FD-Stream heute Freunde gefällt's euch? macht's mal ne 1 in Chat Bro du 10 Likes auf jeden lass mich dann nicht vergessen Freunde dass wir nachher unsere engine dann nochmal wechseln so wir haben das und dann haben wir hier einen Einsatz wunderschönen guten Abend grüß Gott grüße was ist denn passiert? Verfolgungsjagd wir sind aus Richtung innerstädtisch im Highway gekommen ja bin über eine liegende Laterne gerutscht und dabei hat es uns überschlagen alles klar ok wie fühlen sie sich? von ihnen geht's einigermaßen von Umständen entsprechen gut Herr Kollege keine Ahnung ähm können sie mich hören? für die Einheiten die sich in ihrem Gebäude befinden ja wie geht es ihnen? glücklicherweise befindet sich noch eine Person in der Bereich Richtung der was meinen sie von der Einschätzung hier wer ist wer ist schlimmer bemannt weil ich muss dann zuerst dann bergen für den Kollegen zuerst ok Personalbereich gut so ich hol mal meine ausrüstung sind sie irgendwo eingeklemmt sprich äh oder sind die Beine frei und die Hände oder müssen sie die Tür äh es ist nur die Tür ich kann mich frei bewegen ich weiß nicht wie es beim Kollegen aussieht ich krieg mein Bein ich kann mein Bein nicht bewegen ok ok das ist schlimm ok ich hol mal die brustlose Person eröffnet um FB15 anfahren 10V ich fahre an ich brauche hier nen nen äh bei mir für den Unfall brauche ich ne Ambulance wenn möglich wir zwei verletzte Personen nach Überschlag so also jetzt kommt ne unangenehme Teil und zwar werde ich ihnen jetzt einmal beiden an Steve Neck anlegen ok ja es ist ein bisschen unangenehm aber ich vergebe mein Bestes dass ich das so sanft wie möglich erledige ja gut also halten sie den Kopf wenn möglich gerade haben sie Schmerzen die Schulter tut ein bisschen weh nicht dass das da zu eng wird ok macht das ganz sanft sind die Gurte sind noch beide dran ja ok können sie die lösen oder müssen wir die durchschneiden tanken nicht aber ich ne meinte klein ok bei ihnen vitamin jetzt kriegen sie auch den unangenehmen teil ja das schmiedlauch aber du bist auch so weit auf den ersten personen mehr wissen noch den rest am wach kopf gerade haben sie wo schmerzen in dem bereich im kopf nicht wirklich so ich habe ihnen das jetzt angelegt ich mache jetzt langsam enger sie sagen dann bitte stopp stufe 4 6 ich werde ihnen jetzt noch mal den gurt wenn ich ihnen jetzt noch mal durchschneiden achtung in der mitte auf so gut ok also ich werde jetzt dann ihnen noch mal und dann eine decke und dann werde ich die tür aufstemmen ok ja 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 ich gebe ihnen die mal rein die können sie bitte wenn möglich selber in ihr gehör packen so dass sie dann recht gut von daraus isoliert sind wenn nicht mache ich das für sie dann sieht das noch selber ja das wird es jetzt gibt es aber gut ich nehme hin und zwei hin und zwei stück bitteschön schaffen sie es auch selbstständig dann kriegst du noch beide eine decke hier nein dankeschön mal zweimal gut will ich den ambulanz in den jagen da hinten vor danke für fd1 wir könnten hier eine lette brauchen das ist ein dach dachbrand ja wirklich der schnellstmögliche wir wollen das noch mal schnell ach so feuerwehr spreize nicht s w s sind gerade hinten im gebäude bei den spieltischen schau noch mal die umgebung so spätestens jetzt bitte die show da reinhören wenn sie mich jetzt nicht mehr hören ist das gut was haben sie gesagt sehr gut und man holen noch einmal ein versuch noch wo sind wir hier? Ja, das ist immer so, wie wenn es die Tür immer zumacht, der Sack. So. So. Schön, dass Sie auch nicht wieder da sind. Hier kommt jetzt schon die Ambulance. Kriegt ihr das mit dem Berufslosen hin? Melone ohne Kerne. Danke für 5 Euro. Das ist meine erste Spende. Schaue schon lange deine Streams. Bester Streamer. Danke, Gruß für die lieben Worte für 5 Euro. Hallo. Also, Herr Kollege, dein Timing ist perfekt. Ich habe beide die Türen aufgesichert, habe ich Ihnen einen Stiffneck angelegt. Sie haben noch einen Gehörschutz drin und eine Decke. Sie müssen jetzt... Der Gurt ist durchgeschnitten. Der eine Herr klemmt noch mit seinem Fuß irgendwo. Den muss ich jetzt noch befreien. Der Beifahrer ist aber so weit. Den kannst du rausholen. Gut, dann holen wir den Beifahrer schon mal raus. Wenn du Hilfe brauchst, will ich das zum Bescheid. Ja, ich kümmere mich um den Fahrer. Aber ich muss zuerst noch die Ohrenstöpsel raus. Ja, mach das. So, ich nehme mal einen raus. Sie können jetzt beide die Ohrenstöpsel rausnehmen. Ja. So, auch für Sie. Sie können die Ohrenstöpsel jetzt rausnehmen. So, hallo. Müller von Müller-Efti. Hallöchen. Ja, wir hatten vorhin schon das Vergnügen. Äh, fragen Sie mir einmal Ihren Namen. Vara. Ah, ja. Aber es ist nicht meine Schuld. Es ist seine Schuld. Jetzt kommt wieder auf einmal eine Einblende. Schaut er das an. Hab ich meinen Schneiderli oder hab ich meinen Mächschen? Oder was ist, wenn ich jetzt hier die einblenden lasse? Mein Mächschen. Mächschen. Was macht ihr für Klappung? Okay, jetzt gehen... Chat, schaut mal. Jetzt gehen die einblenden wieder. Einmal für den Beifahrer. Habe ich wenigstens kein schlechtes Gewissen mehr, wenn was kommt. Jetzt höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen, um dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir. Jetzt alle. Gini! Kommt immer halt drauf an. We're living our dreams. Mark Adalum. Falco. Legende. Ja, das machen wir auch. Das ist kein Problem. Können Sie ihre Beine jetzt frei bewegen? Und dann setze ich dich einmal hinten auf die Ambulanz. Das Lenkrad drückt immer noch auf. Und dann schauen wir uns das gleich an. Das Lenkrad, okay. Warten Sie mal. Okay, machen wir das einmal auf drei. Eins, zwei und drei. Ja, 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 ja. Langsam, langsam. Halt dich fest. Und dann gehen wir einmal zu Ende. Daher sehen Sie den Hebel hier unterm Lenkrad. Ziehen Sie den mal. Und ich drücke das Lenkrad weg von hinten, okay? So, jetzt leicht ziehen. So, und jetzt tun wir das Lenkrad nach hinten. Okay. So. Sind Sie jetzt frei? Ja, ich kann mal den Ballen überlegen. Gut. So, wir werden jetzt noch warten auf die Trage vom Kollegen, okay? Beziehungsweise ich werde Sie jetzt einmal da raus befördern. Auf drei stützen Sie sich mit Ihrem Arm um meinen Hals ab, okay? Ja. Also, eins, zwei, drei. Sie sind einfach super. Ich habe Sie. Kommen Sie mit? Langsam. Hab Zeit. Servus. Servus. Langsam legen Sie sich hier auf die Trage. Brauche jetzt noch jemand eine Ambulance. Super. Ja. Wie sieht es mit dem Bewusstlosen, äh, beziehungsweise mit dem medizinischen Notfall bei dem Bekleidungsgeschäft aus? Äh, ist schon den Zerwichtigsten aus. Aber trotzdem nochmal drunter. Ich habe den zweiten auch gerade auf die Trage gelegt, okay? Ja, perfekt. Ich danke dir, Willi. Dann kümmere ich mich mal weiter um die anderen. Ja, alles klar. Mechaniker und Abkonsport vom Auto. Alles klar. Danke dir. Einschränkung zu ST1. Hört. Oh, mein Schneiderli. Das ist gerade ausgegangen. Ich brauche keine Letter mehr. Ja, trotzdem nochmal oben an, äh, anleitern und kontrollieren, dass da. Schnell verhofft. So, ich bin schon Cassino aufgeschafft. Angulance 110 97 Ocean 2. What the hell? Bitte spiel mal mit Willi einen Herzinfarkt. Das können wir vielleicht mal machen, wenn es, wenn es, wenn es, wenn nicht heute so ein Stream ist, wo gerade so geil viel FD-AP ist. Dickes, hallo. Melone ohne Kerne, danke für 20 Euro. Da habe ich noch was gefunden. Ach, das wäre nicht nötig gewesen. Herzlichen Dank. Ganz liebe Grüße. Gegen die spendet es wenigstens, die Einblender? Okay, sehr gut. Da haben wir die Batterie. Genau hier mit, da vorne dieses Kastl, das ist. Die klemmen wir jetzt mal ab. Die entfernen wir auch. Gehen wir hinten rein. So, ich schaue mal. Die tun wir da hinten rein. Und jetzt gehe ich mal sch... Bau, KU, BKW, Überschlag 2, verletzte Aufwärtsarbeiter, Kreislauf stabil. Medizinischer Notfall und medizinischer Notfall. Dann nehme ich da ja mal einen Zugang im linken Arm. Herr Kollege, falls ich zu einem Einsatz jetzt eingeteilt werde, die Batterie und das Auto ist abgeklemmt. Also sprich, das ist fertig zum Transport, wenn die Mechaniker kommen. Alles klar, Willi, weiß ich Bescheid. Also falls du noch da bist, sonst werde ich sie nur noch weiter sehen. Ja, ich denke, die rufen sich sonst an. Das ist Willi, unser Ehremann hier. Engine 2, äh, Engine 3 wird jetzt wieder frei. Ja, wunderbar. Oh, das ist beim Casino vorhin war auch richtig geil mit dieser Alarmanlage und so. Husk geht raus an Homeland, die da heute geile Szenarien schaffen. Sobald die Werte im Casino stimmen, kannst du freigeben und dann auch wieder zurückfahren. Also ich finde es super. Risto, der Boss, danke für den Euro. Endlich wieder Willi auf dem geilen Stream. Ja, war schon lange her, ne? Engine 2, 10, 5, 2, 2, 1. Crowstyle für RLO, ey, dankeschön. Hallo. Warte mal, muss ich mir gleich aufschauen. Ich habe noch immer, ich habe noch immer keinen, keinen Kuli. Habe ich hier mein, mein Dokument. Crowstyle vom US Marshal Service, wenn mich nicht alles täuscht. FD, Fahrzeug wechseln. Nein, da muss ich zum Ocean. Oceans muss ich. Im Moment muss ich noch da bleiben, bis die Mechaniker da sind. Himland. Ich hoffe, 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 dass die Mechaniker gleich kommen und die jetzt nicht da zu viel zu tun haben. Sprich, im Moment kann ich es mir gerade noch erlauben, ein bisschen zu warten. Beziehungsweise, ich gehe mein Auto. Kollege, ich gehe kurz mein Auto wechseln. Ich bin gleich wieder hier. Ja, alles klar. Jetzt bin ich schon seit einem Jahr VIP nur durchs Verschenken deiner gütigen Community. Ja, meine Community ist wirklich die beste. Kein selten so eine Community, die so spendabel ist und so gütig zueinander. Ich weiß, Willi, die Ergebnisse vom Hirntumor, ähm, ist er entfernt worden, ne? Und zudem nicht mehr, er hat nicht gestreut oder sonst irgendwie was. Ich muss jetzt noch kurz meinen, meinen, ähm, mein Fahrzeug wechseln, weil die Engine, die mag ich nicht. Die hat das Licht hinten scheiße und vorn schaut geil aus. Das ist irgendwie komisch. Was ist denn hier gerade los? Toll. Wir sind aber auch gerade im Jagdstum von woher gefahren. So, einmal ins Oceans. So, dann gehen wir hier unser Fahrzeug holen. Warum das, warum auch immer das in der... Das ist meine richtige Engine. Ich hoffe, das ist die richtige... Ich hoffe, das ist die richtige Ding. Das ist die schöne Engine. Wir fahren mit dem schönen Paintjob auch. Finde ich wunderschön. So. Wir müssen wieder zurück zu diesem Unfall. Damit wir dem FD den Status sagen können. Was da jetzt abging. Was hier noch weiter zu tun ist. Mit dem FDs echten Mechanikern. Bin auch schon lost. Wobei, wann bin ich nicht lost? Das ist die Frage, wo war der Unfall? Der war doch hier irgendwo, ne? Auch wieder mein optisches Gedächtnis. Der war... An diesem Shop. Das muss da jetzt runter. Das war nicht ganz... Da jetzt noch... Da jetzt geradeaus. Da drüben. Ja, da war es. Optisches Gedächtnis. Äh, Leather. Ein bisschen einziehen die Leather und dann nach oben und dann wieder an die Seite an. Das hier auf der Zipp passt. Kameras führt meist zu groß. Gut. Weiter raus. Weiter raus. Du musst schon rein. Hier rein. Ja, hier rein. Weiter. Einfach rein. Lettern. Ich verlaupt. Ich habe keinen Schlüssel mehr zu meinem eigenen Auto, was ich jetzt habe. Ich habe aber schon, ähm... Ich habe aber schon, äh, den Mechaniker und die Dispatch geschickt, oder? Oder bin ich gerade lost? Oder bin ich gerade lost? Ich habe doch den... Safe habe ich, dass der Mechaniker schickt. Ich glaube, die sind gerade einfach nur voll aus... Outstressed. Willi, schaut mal, dass er kurz seinen Kohlenhydratsprecher hochjagt. Ein bisschen Red Bull für den Blutdruck. Kann ich schaden, oder? Ein bisschen Bull. Das hört sich auch nicht. Gute Besserung. So, dann tun wir das hier. Dann was da. Gut. Wie sieht es bei dir, bei deinem VKU aus? Die Ambulance 2. Fertig. Also, die Ambulance fährt mit zwei Verletzten jetzt ins Ocean, aber das Fahrzeug ist fertig und da... Ich bin auch wieder frei. Perfekt. Willi könnte es das ausspielen, wenn du nicht weißt, dass es... Ja, tatsächlich. So, jetzt ist gerade, glaube ich, wieder Tote Rose. Jetzt haben wir den Dispatch-Haufen abgearbeitet. Das ist wundervoll. Ja, weißt du was? Ich lasse das den Mechanikern da so stehen. Dann... Ja, ist es so. Ich glaube, da ist es jetzt nicht meine Aufgabe, hier weiterhin noch auf sie zu warten. So. Weil sie wissen eh, dass das abgeschleppt gehört und so. Und sie werden jetzt selber sehen, dass die Batterie nicht mehr drin ist. Wenn die Essen- und Trinkanzeigen komplett leer ist, dauert das 18 Minuten, bis man bewusstlos ist. Okay. Fun Fact. Das wusste ich gar nicht. Das ist jetzt wieder eine Verfolgungsjagd. Das merkt man direkt. Aber wird ja der nächste Unfall sein. Engine Free zurück zur Wache. Gehen wir mal zur Wache zurück. Und schauen, was... Was jetzt als nächstes passiert. Was schätzt ihr, Freunde? Kommt das nächstes ein Unfall? Kommt das nächstes... Wieder ein Brand? Kommt das nächstes ein Unfall? Brand mit Personenschaden? Gut, wusste es auch nicht. Hat es mit Karl-Heinz probiert. Ah, okay. Okay, okay. Wieso hat Kurt das gestern getestet? Hä? Warum? Brand schätzt ihr, okay. Einfach so im RP. So. Hm. Was könnte ich jetzt machen? Ich teste. Ich mache einen Hungerstreik. Spontan. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Scheiße, ich muss tanken. Ich muss aber ganz dringend tanken. Irgendwann die da hinten reingebogen. Aber natürlich. Nicht freiwillig getestet. Hä? In 18 Minuten kommt man doch irgendwo hin zum Essen, oder? Oh mein Gott. Das Verunfall hat bewusst das Sein ausprobiert und dann verhungert. Aber gut. Ey. Man könnte sagen, für die Wissenschaft. Man könnte quasi so gesehen sagen, für die Wissenschaft wasted gewesen. Oder? Oh mein Gott, das war auch nass. Ja, halt's, Maul. Ich hab dich nicht berührt. Scheiß Auto. Hat das eigentlich oben auch eine Leitbahn? Alter. Schade, dass das Ding oben keine, im Dach keine Bar hat. Der ist genau im Weg, woher wieder. Nein, ich hab's geliehen. Ja, warum? Hab ich vergessen. Ja, ich krieg das nicht so mit, was Kurt in seinen Streams immer aufführt. Ja, ja, bei mir auch nicht so. Krankenbett im Oceans ist er abgeregt. Und keiner hat's mitbekommen. Und von den Cops Handy haben sie ihm auch abgenommen. Also gegen Dispatch auch nimmer. Da war er sicher wieder, da war er sicher wieder so richtig so geflasht. Von der Leistung. So. So. Der Großschadenslager im Casino abgearbeitet hat gut geklappt. Sehr schön. Hat mir auch soweit ganz gut gefallen. Leder 1, 10, 2. Dass alles so weit schön geklappt hat. Ist euch zufrieden? Ja. Das haben wir toll gemacht. Also, wie gesagt, ich bin mega stolz auf euch. Ambulance 2 ist in 5 zu zerwachen. Geiles Team. Heute Abend wieder. Und wir haben's auch bewerkstelligt, dass dann die ganzen Dispatches von den verunfallten Officern oder Tätern auch schnellstmöglich abgearbeitet worden sind. Ja. Ich will nix sagen, aber es ist grad noch ne Verfolgungsjagd im Gange. Ich weiß, die sind am Hauptplatz vorbeigeschossen, wo ich grad losgefahren bin. Und es sind sogar zwei vorbeigeschossen. Ja, da wird's demnächst wieder Dispatches hageln. Hallo. Das war bestimmt ein Bild für die Götter. Wie lange wolltest du heute ungefähr da bleiben? So bis 10 Uhr. Ich komme mal hier so bei euch. Ich komme kuscheln. Ich komme kuscheln, ja. Wieso? Oh. Den Nächsten gehen ja jetzt demnächst außer Dienst, weil sie in ihr Feieramt gehen, weil sie schon seit 8 Stunden dabei sind. Oh. Und damit ich halt weiß, mit wem ich jetzt gleich noch so ein bisschen rechnen kann und mit wem ich wie lange rechnen kann. Ja, ist mit mir so bis 10 Uhr circa. Ja, wunderbar. Das wäre auch meine höchste Deadline. Meine auch. Denkbar auch von den anderen, die dann auch noch da sind, oder? Ja. Ja. Und dann gemeinsam ging es spätestens den Schacht zumachen. Ja, klingt gut. Und den Sonntagabend ausklingen lassen und dann das wohlverdiente Bett gehen. Ja, ich bin dabei. Uff, schon mal. Ja. Wo ist die Leiter? Vielleicht auf dem Abschlepphof. Weiß es nicht. Habe ich überhaupt eine Leiter bekommen? Ich pizzeriere noch auf dem Marshal-Cast-Last. Äh, auf dem? Warum? Weil ich sonst wieder Pizza holen. Lager für Salami Pizza nur 80. Ja, das können wir jetzt noch mal machen. Können wir uns morgen mal drum kümmern. Zumindest für morgen. Wir schon mal los. Piddy, voll im Gange. Ja. Ich höre schon wieder gleich die Alarm-Glocken läuten hier. Überschlag. Was glaubt ihr passiert als nächstes? Überschlag. Oh. Brand. Überschlag mit Brand. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Sie kommt mir irgendwie vor wie so die Schwester von Larissa irgendwie, ne? Vorwie war doch jetzt bei uns. Die Schwester von Larissa Brown. Soll ich jetzt irgendwie rüberkommen. Ich mach, ich mach, ich mach, ich mach, ich guck gleich mal. Ich würd sagen. Gib mir mal ne Sekunde Zeit. Ich bin mal ganz kurz. Ich denk mal kurz über den Flachplan nach und dann... Dann frag ich ihn gleich, warum. Okay. Und wir noch Pizza, Simon? Ja, haben wir. Dann... Was brauchst du? Thunfisch würde ich nehmen. Was sonst noch für eine Pizza? Nein, ich bin nicht gekommen. Ich würd mal Salami nehmen. Pizza? Nö. Ich hab wohl nur... Es ist so schön, weil Pizza sag ich nicht. Ich hab auch. Ich hab vorhin vier Burger gegessen. Ui. Ja. Aber die Big Burger. Ja. Mit viel Beef. Oh, oh. Was kommt jetzt? Es ist kein Brand. Oh. Äh, doch. Wenn das Fahrzeug in deinen Fahrt. Oh, oh. Das ist, glaub ich, ein Mechaniker, ne? Ja. Nee. Oder? L-K... Was ist das? L-A-K... Der hat der Brenn ist auch. Selter als Tipp gesagt. Das ist... L-A-T-C-S. Er darf das Einfluss von den Kars-Service. Oh. Das ist von den Mechanikern geschickt worden. Oh, okay. Ja. Den Hild. Okay. Ich will dich ziehen. Ja, übrigens ein Brenn des Kfz in Einfahrt. Ja. Brenn des Kfz in Einfahrt. Ja. Ja, ja, okay. Aber trotzdem verstehe ich die Frage jetzt nicht. Wer fährt? Wo, was, wie? Sagt denn unserem Arsch? Wer fährt denn? Wer fährt denn? Ja. Ja, so. Ene, meine, muh und daraus bist du? Willi möchte ganz gerne bestimmt ein Brenn des Fahrtück fahren, oder? Ja. Aber wir können uns ja zusammenlegen. Ich kann ja Leute mitnehmen. Jetzt stehen wir ja. Willi fährt hin und möchte ich, dass noch eine Ambulanz mit hinfährt. Ja, ich kann auch mit anfangen, kein Problem. Dann macht es und ich würde derweil dann mal die Sachen wissen hin und her. Und? Ja, also sollte man ja noch jemand mitfahren, was gerade ruhig ist. Also ich fahre noch als tägliche Einheit mit. Welche kann ich auch mache ich? Also ich habe jetzt noch eine halbe Stunde in etwa. Ja, alles. Schick mich den alten Mann. Brenn an das Kfz. Ja gut. So, dann fahre ich den Rückwurf. Soll ich dir heben? Alter, beim FD ist da immer so viel Verkehr. Neuer Dispatch. So, wir haben ein brennendes Kfz in der Einfahrt. Das ist denn der zweite Dispatch. Gut. Was wird hier jetzt auf uns zukommen? Wir wissen es nicht. Freunde, vielleicht schaffen wir heute die 15 Likes. Das wäre ja auf jeden Fall mal wieder ein geiler Milestone. Das wäre freundlich, wenn ich mir eben so ein Motor weggeben könnte. Das wäre ja auch ein brennendes Kfz. 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 Wir haben jetzt eine Ambulanz, die Engine und eine technische Einheit. Wir haben uns ein bisschen mit Sicherheitsabstand hin. Ambulanz, du fährst am besten ein bisschen zurück. Ambulanz, wir haben eine Person nicht wirklich ansprechbar, liegen beide unter der Brücke. Ist es explodiert nicht, oder? Nee, es hat nur gebrannt und jetzt brennt es gerade nicht mehr. Okay, also Willi, dein Fahrzeug da unten hat wohl gebrannt, brennt es nicht mehr. Sperren wir kurz ab und prüfen dann die Temperatur vom Fahrzeug. Wer hat das hier so stabilisiert? Vielleicht umdrehen wäre nicht schlecht, dann vielleicht, dass wir es holen könnten. Ja, das ist dann, wir schauen erst mal sich an das ab und dann machen wir alles. Okay, alles klar. Machst du da oben am Sperrung, Willi? Ja! Oben mal ne Absperrung machen. Jetzt geh mal wieder die Dispatch. Ah Freddy! Hä? Geil. Bei dem AMR-Dienst. Korrekt ist korrekt. Es hat mich überschlagen. Medizinischer Notfall. Auto hat sich überschlagen. LAPD. LAPD schwerer VKU. Das nehmen wir an. So. Wo sind jetzt meine Kollegen? Ich hole mal mein Ding. Ich hole mal trotzdem zur Sicherheit meinen Schlauch. Damit ich da noch was zum Absprühen hab. Okay. Die Stunde. Wir sind sofort da hoch in der Kamera. Jo! Er hat das Fahrzeug da so rein stabilisiert. Das waren die Nähe-Mechaniker. Okay. Die da die Hütchen gestellt haben. Okay. Mega Kamera. Wir haben nur die Kamera. Dann sagt sie dann, ob er oder ich muss oder nicht. Ich muss irgendwo hoch. Ich lass es vor. Ja. So vorderachse-mäßig. Es ist noch ein bisschen um 5 Grad drüber. Moment. Schaffst du das? Ach, das sieht gut aus. Ich guck mal bei mir an der Seite. Schaffst du das? Das ist ein Auto so hier rein. Ah ne. Passt. Ist okay. Wir sind in Ordnung. Mach noch mal. Wenn wir. Mach trotzdem noch mal ein bisschen ruhig. Weil wir wissen nicht, ob da noch was dann passieren kann. Geh mal von oben einmal noch. Mach noch mal ruhig drauf. Mach noch mal. Halt noch mal ein bisschen drauf hin. Weil wir wissen nicht, ob da noch was passieren kann. Wohl. Ja, ja. Wir haben gerade 45 Grad im Motorbereich. Hinteren Bereich haben wir 35, 36 Grad. Aber halt vorne am Kühl da ist noch ziemlich. Da haben wir gerade so. Ja, da noch mal drauf. 69 Grad. Der Qualm da war. Wenn Wasser nicht hilft, dann mach jetzt. Schau nicht drauf. Wie schaut's auch jetzt aus? Ah, Kühlung ist okay. Aber ruft halt noch ein bisschen, ne? Lass uns lieber einen Schaum-Tippe drauf packen. Schaum ein bisschen drauf einmal. Und dann können wir den Mechaniker mit dem Schaum mitnehmen. Jawohl. So, dann tun wir hier. Schaum. Der Opa rennt jetzt. Komm, schnell ey. Achtung, ich hab mal auf Schaum gestellt. Ja, machen wir so vorne im Kühlerbereich und über der Vorderachse. Ja. Ja, schon besser. Das ist schon viel besser. Ich bring' mal zurück. Ja. So, warte mal. Ich bleib da noch als Löschstück. Ja, du bleib da. Der dich rechts hin. Wir drehen das Fahrzeug. Das ist wieder auf dem Reifen steht soweit. Jawohl. Ich warte da bis ihr... Jo. Jetzt bin ich... Bin ich gespannt. Wie wird das hier ausgehen? Ein spannendes Bauch. Warte mal. Wie wird das fasziniel? Und das fasziniel. das ist das finde ich habe keine hand ja auch schon alles und wenn das mir schon alles kriegt mein auto so hin ist eine gute frage kollege let's go und anfeuern hatte zurück zurück jetzt zurück weiter ja aber dem fahrzeug würde ich mich nicht mehr nähern temperatur 45 grad weiß nicht aber ich würde mich dem nicht mehr so schnell nähern auf jeden fall gleich am besten mit mechanikern hinterher und sich aus der porton 35 3 dann bleibt noch kurz ruhig hier stationiert falls die macht absicherung du kannst die kamera kurz einfach ein kundel hängen so gemacht ab schaust ob es ausläuft in jahren sind weil sie einfach noch schlafen ich geboden bescheiden krass wie das auto qualmt wie heißt das sound auf der tuba fat walk ich finde den stream heute richtig geil auch so von der rt und von der qualität und so finde ich mehr kühler bereich steigende temperatur im kühler kühler bereich ja ich glaube da ist das hat eine benzinleitung erwischt es ist eine ticken der zeit bombe das ding auf jeden fall bleibt erst mal schon mal konstant ist zum fahrzeug schaust ausschlafen ja er hatte wieder steigende temperatur ja wenn man es ist schreibt ja ja man ist alles klar ich treue dann ja ich gehe vor ja wenn man es nicht schreiber mache ich kollegen ja ihr habt vorher irgendeiner empfohrer und dispatsch geschrieben dass da mal irgendwo ein auto holen muss ja das war ich glaube ich war okay ist das aktuell weil ich habe sie versucht anzurufen okay es hat mich niemand angerufen das müsste aber noch aktuell sein der ist der steht dort bei der tankstelle dmv das ist bei der fahrschule die tankstelle da ist so ein explorer ist das vom pti das ist die im telefonnummer stieg bin hier bin da stellen sich einfach auf die linke seite zu ihrem kollegen wenn der kollege rechts von uns 65458 ja da habe ich selber anrufen habe vor einer halben stunde ungefähr 95 minuten okay wir haben sich bei mir dann mal ein loch zugemacht das ist ausgelaufen was kann ich nicht sagen genau dürfte es zu weit haben die ähnliche färger absicherung bis zum abstehung als wir finden jetzt auf waren ihr gelaufen dann soll doch noch kurz da bleiben bis mich ja nicht aufgeladen haben die färger absicherung haben und danach fährst du hinterher bis zum abschlepphof bis zum abschlepphof dass wenn die dann nur sandpäckte brennen dass du löschen kannst schnell ja ja okay ich einmal kamera ab hendi macht den schreck blick alter das ist nicht zu qualmen aufhört das ist was mich wundert aber temperatur passt ich habe die fahrzeuge fahrzeug keine freizeit personen vor ort hat mir einfach angefangen zu brennen hat sich gedreht wie nicht bleibt mich an die kam es zum abschlepphof ist auch mal ich bleibe aber gleich in der ausrüstung so wir müssen jetzt noch begleitschutz machen für das rauchen der auto quasi die frage ich glaube der mechaniker der schiebt glaube ich so zurück raus ich freue mich hinterher bis zum abschlepphof ok einfach zurückschieben am besten da muss aber alles das schmal hier oops oops i did it again oh baby ich muss die mit dem mit der feuer mit der mit der wasserkanone mal drauf schießen und jetzt fangt dann der ganze ab jetzt kommt der ganze abschlepp zum brennen an plötzlich da qualmt schon noch ganz schön aber das muss ein kopflosen auto sein weil das ist so kriegst du ein auto dort nicht hin oder fangt doch so zu brennen an halt mich noch ein bisschen mehr auf abstand falls das ding wirklich irgendwie explodieren sollte oder so boah da wird mir ein echter arsch gehen stell dir vor du hast so du hast so das ist so ein brennendes auto beziehungsweise so was hinten drauf du wirst das ok das könnte jederzeit irgendwie feuer fangen oder so ein auto direkt explodieren kann ja nicht das ist hollywood bullshit aber es kann abfackeln plötzlich aber ist das eigentlich schon maximal unangenehm freddy freddy oder nicht freddy ich weiß nicht wie sein im airchar heißt i don't know aber er ist supervisor korrekt ist korrekt vor allem noch homeland und jetzt wird super freddy ich halte mich schon mal bereit der löscht kanone oder es ist ein kopflosen auto dann müssen wir auf den schraubplatz daneben stellen ich weiß kein kopflosen aber ok ja tatsächlich vielen dank für sind wir erfahren schöner tag noch danke tschüss 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 so gut dann zieh ich mich erst mal um amuland 310 97 oceans derrick parker ok derrick engine freeze wieder fertig und kommt zurück zur wache ah ja ah ja ah ja freunde it's time it's that time again moment ah ja freunde die donations gehen wir wieder nicht sie gingen kurz jetzt gehen sie wieder nicht gut also ich finde es super aha was kam da jetzt für einer war das gerade die kam gerade irgendeiner eduard kunawski dankeschön für 4 euro mit überweisungsgebühren hi andl du machst sehr gute streams und einen guten content viel glück und spaß für die zukunft das hört sich an wie ein abschied dankeschön dankeschön mein lieber weiß ich sehr zu schätzen dass dass hier meine passion und meine arbeit die ich hier rein strecke gewährt äh gestecke gewährt die arbeit die ich hier rein stecke gewährt schätzt wird so und dankeschön sowohl für die worte als auch für die 4 euro dankeschön kampfklo boinzen meine frage warum hat willi den läster laufstil und nicht mehr den betrunken 2 weil willi über die jahre gealtert ist und nicht mehr so verwirrt und betrunken ist sondern mittlerweile das kreuz schon nachhängt also es ist einfach dem alter angepasst 2 10 5 das ist ein schöner Tag definitiv war heute 14.000 schritte 9 kilometer wandern dann haben wir gut gegessen war geil liebe liebe ja so wandern und so äh außen in der natur mich bewegen liebe ich mache ich leider nur viel zu selten dumme ausrede sollte es wieder öfters aber im sommer mache ich es nicht gern im sommer ich bin immer so ich bin wirklich so ein herbst winter frühling mensch da wo es schön kühl ist gehe ich gerne raus das ist zwar lustig aber im sommer gehe ich nicht gerne raus da sitze ich wirklich gerne daheim und sperre mich am liebsten dort ein aber so in den kühleren jahreszeiten bin ich echt gern draußen so eine jacke drüber lange hose geht schon deswegen kampfklou wo bist du wangen gegangen bei mir daheim in der nähe engine free wieder auf der wache wartet auf weitere befehle beziehungsweise medizinischer not ich schätze mal wir haben jetzt mal kurz pause wisst ihr was ich mache ich jetzt mein auto waschen nutze das gleich mal dass ich einfach mal meine engine waschen gehe einmal durch einmal grundreinigen weil die hat heute schon wieder viel scheiße gesehen die engine den gehen wir mal kurz in die waschstraße korrekt ist korrekt ich hoffe das ding hat jetzt nicht irgendein schloss geht als geht ein Ton so nehmen wir einen guten alten kehrer marshal ist wieder dann zurück zu wachen oh mein gott jetzt kommt die flach witz Show nein Hilfe meine Freundin macht eine flach witz Show Okay, wir sind gespannt Wir halten uns fest Wir werden uns die Witze alle jetzt gemeinsam reinziehen Danach werden wir Danach haben wir wahrscheinlich einfach Nur mehr Bock Keine Ahnung, gar nichts mehr zu machen Wir packen den Kercher erstmal wieder weg So, mit Schäumen ist hier nichts Wie nennt man jemanden, der am Montagmorgen Gute Laune hat? Arbeitslos Ich habe am Montagmorgen gute Laune Und bin nicht arbeitslos Hartz 5 Hartz 4 und der Tag gehört dir Oder jemand hat ein schönes Wochenende Oder jemand hat am Montagmorgen guten Dagger da Wie nennt man einen russischen Baum Dimitri Alles gut Sagt ja keiner was dagegen Ich wünsche euch angenehm nachzuholen Dafür, ciao Ach Schatz Also wenn sie für die Flachwitz showen Und für mein Leid Heißt ich hat es für so ein Bürgergeld Stimmt Die sind am Montagmorgen immer gut gelaunt Ich habe meine Oma in der Sauna vergessen Hildegard War nicht der Busch da hinten heute Hildegard? Hallo War nicht der Busch da hinten heute Hildegard? Bei der Dauer auf ein Like Diese Schmerzen Ich muss mal wieder mein Buch auspacken Das ist doch Meine Oma arbeitet beim FBI Wir nennen sie jetzt Top Secret Was heißt Ladenschluss auf Chinesisch? Watt schon zu Das sind solche Schmerzen Der Kuhlberg Oh mein Gott Kuhlberg Willi, hast du eine Tatra? Äh Tatra habe ich keiner Okay Dann Simon einmal Tatra Willi mit aufsatteln Und Ambulance Soll ich meine Engine wegparken? Kuhlberg Lass die Keine Ahnung machen Okay Bei der Long Bridge Richtung Catalina Oh mein Gott Jetzt müssen wir einen Kuhlberg auch noch bergen Achtung Oh Jawoll Let's go Let's go Wie redet man mit einem Riesen Benutz große Worte Ich konzentriere mich jetzt wieder aufs AP Ich muss jetzt einen Kuhlberg da unten rausbergen Das ist schon Das ist schon Das ist schon Heftig genug Wenn sich Wissenschaftler ein Brot belegt Ist es wissenschaftlich belegt Wie nennt man es wenn Mathematiker über eine schöne Frau reden? Kurvendiskussion Oh 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 Dort hinten Liegt der Okay Was noch? Die Kette runter und dann an der Brücke Oh my god Oh my god Unten war da Brücke Los Pikachu Donnerblitz Alter hast du gerade meinen Hamster in die Steckdose geworfen Ja Ja Aber das ist doch trotzdem Ähhhh Hehehe Ja Responding Genitver Ich habe euch eingetragen Oh my god Cool Vielen Dank Guten Tag Guten Tag Guten Tag Guten Tag Guten Tag Das sieht nicht gesund aus Nein Na was sehen sie uns? Na ja Ich habe keine Ahnung Ey Gott Das ist das Ruf nach Zapferl Das hat das Special ja, drin vor, dann informativ, dann auch, wenn wir uns dann tun. Hier, wie schnell waren es ungefähr? Schnell? Nicht schnell. Das Auto ist einfach noch sleepy. Wie deutet das? Was heißt denn nicht schnell? Na, so 100. So 100? So 100. Das ist für Sie nicht schnell? Nein. Das ist relativ schnell. Also... Ist es physikalisch, aber für ihn anscheinend nicht. Ja, gut. Wir holen mal... ... das Trag noch. Weißt du, wie du eine blaue Trag aufkommst? Ja, oder? Ja, ja, ja. Warte. Dann kannst du mit einem blauen Trag holen. Ja, wohnt ja. So. Gut noch fest, oder soll ich es mal lösen? Ach so. So respawning team 28. Ja. Mein Team ist fest? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Du kannst nicht fest. Ach nicht. Ich muss die Schmerzen lassen. Das ist dein Kopf. Ganz klar. Auch ein Spieler in der Nähe. Nein, ich weiß es nicht. Ich schwöre mein Zehen. Welches Bein? So, hier. Rechts. Rechts. Das war klemmt. Ich schwöre mein Zehen. Okay. Äh, kennst du, bei der Verringer wirke die Treppe runter zum Strand? Ja. Sieg wurde zwar los. Also generell sehen sie nicht ganz gesund aus gerade. Sieht es irgendwie, dass die Schmerzen nach dem Rückenberg haben? Sie haben es ja nicht gehört, oder? Wie nennt man Minecraft-Filme-Blockbuster? Oh nein. Was ist grün und fliegt durch die Luft? Die Birne Meier. Oh nein. Wah, der ist schon wieder so schlecht, dass ich lachen muss. Wäre es möglich, dass wir sie sich ganz normal hinsetzen, oder? Geht das nicht? Ja. So besser? Ja, so besser. Schmerzen dabei, oder? Geht das? Okay. Mir drückt einfach nur der Kopf. Ja, bein ist eingeklemmt. Das müssen wir mal befreien einmal. Okay. Also bein ist eingeklemmt, Willi? Ja. Müssen wir da einfach befreien. Bitte? Hydraulikstempel einmal. Okay. Bitte zur Info. Fahrzeug ist von da oben runtergekommen laut Aussagen. Laut deinen Aussagen nicht schnell. Mit 100 Grammar ist relativ schnell. Schmerzen, Bein ist eingeklemmt. Rechtes Bein. Schmerzen, Arm. Was soll ich jetzt nochmal mit der Hydraulik holen? Hydraulikstempel, damit wir den Bein befreien können. Oh. Okay, aber wenn er da runterfliegt... Ja, weiß ich. Hydraulikstempel. Hä? Und das ist nicht schnell. Und deswegen liegst du jetzt da. Hydraulikstempel. Hä? Engine 2 beginn 360. Und das ist der Spreizer. Also Hydraulikstempel musst du einfach in eine Kiste holen, dann können wir den heranbringen. Achso, ich wollte den schon rausschneiden. Ja. Können wir den machen. Wir brauchen eine... Ja. Also erstmal brauchen wir mit dem Hydraulikstempel, dass wir den Dooltraum noch größer bekommen. Dass wir mehr Platz haben. Ja. Ich arbeite. Ja. Ja. Schmerzen. Schmerzen. Ich weiß nicht. Spreizer können wir gleich holen, wenn wir den brauchen. Ich bin ja nicht so... Also... Bevor man mich falsch versteht. Ich bin ja nicht geflogen. Ich bin so diese... Diese Steinmauer hier rechts, die so entlang geslidet. Über die Leitplanke rollt. Ja. Hydraulikstempel setzt du einmal hier rechts an. Also rechts an. Und einmal links. Auch das ist auch unangenehm. Na, dann müssen wir noch ausfahren. Aber... Raten Sie mal, warum ein Fuß da ist klemmt. Ähm... Keine Ahnung, wie man denn sitzt. Ja. Du bist gut. Ich mag dich. 100 Punkte, Diggi. Nein. Und... Er hat Kopfschmerzen. Für sowas habe ich einen Zapfer. Simon. Was? Ey, der will einen Zapfer geben, Mann. Ich will kein Zäpfchen. Nein. Die Kopfschmerzen werden bei uns im Staat so behandelt. Ich... Krieg... Krieg nicht einfach eine Asperine oder so, bitte? Das haben wir nicht. Wir haben nur Zäpfchen. Willi... Gib... Gib... Die Tausender... Was? Ta... Tausender... Ähm... Achso, die Analius Maximus. Ja, genau. Okay, ja. Was? Ey, die wollen die Sonne verstanden, Mann. Genau. Und dann einfach, wenn du angebracht hast, einmal auf abdrücken. Ich will kein Analius Maximus. Achtung. Analius Maximus. Was machen Sie da? Ich aktiviere nur den Hydraulik-Stempel. Was macht die? Damit wir die Beine frei haben. Die drückt jetzt vorne ein bisschen weg. Eduard... Äh... Kunawski, danke für zwei Ohren mit dir. Weiß es gut. Das war eigentlich kein Abschied, nur man weiß heutzutage nicht, was die Zukunft bringt. Das stimmt. Hast du das nicht gehört? Halt die Schnauze. Du machst das Ganze hier nicht besser. Wie schaut's aus? Können sie Fuß inzwischen bewegen? Oder geht das nicht? Waren wir nicht. Soll... Achtung. Achtung. So, dann merken Sie, wenn ich hier unten am Fuß gehe. Ne. So, ich hol schon mal mein Köfferchen. Aber sie können nicht bewegen. Der Coolberg ist ein... So, ich hab schon mal meine Zäpfchen bereit. Hä? Der hat den ganzen Koffer. Kannst du auf die Trage legen einmal. Super. Das machen wir gleich. Was? So. Gut. Dann werden wir den Backboard einmal rausholen, da wir weitere Verletzungen im Bereich nicht ausschließen können. Ich klemm mal die Batterie ab. Ja. Kannst machen. Dann... Dann würden wir das gleich so machen. Ich hol mir gleich noch Kollegen dazu. Beziehungsweise einfach vorne mit den Kollegen oder anderen. Dann machen wir gleich so. Das ist das Coolberger. Coolberger. Coolberger Zäpfchen einschieben. Schön. Heben. Heben sie an. Schieben den Backboard runter. Drehen sie dann, ziehen sie auf das Backboard drauf und danach holen sie gleich raus. Mhm. Das wird alles schnell und schmerzfrei gehen. Die Jahre ist schon entfernt, ja. Das glaube ich dir nicht. Hast du gesagt? Das ist nicht so schlimm wie du denkst. Ja. Nicht erschrecken, ja. Ich hebe sie mal an. So. Darf ich mich nach vorne lehnen? Dann schieben wir das Backboard runter. Ne, ne. Ich brauche mich gar nicht lehnen. Mein Kollege packt einmal aus der Achseln und hebt sie ein Stückchen an. Das wird wundervoll. Dann ziehen wir so vorsichtig auf das Board drauf und dann kommen wir wieder langsam aus dem Fahrzeug her aus. Okay. Ich hebe auf drei an. Eins. Zwei. Drei. Acht. So. Ich schiebe das Board rein. Start. Be Gesetzentwürfe Goldberg entspannt mich und denke an etwas schönes. Dann will ich, lass ab, Achtung! Und kommt. Denkt da Denkt da D nacional, Italy Achtung! an schnelle Autos und Drift. Super die gerade immer nur auf den Hauptplatz driftet und der Polizeialım-kommt. Der schönste der Gedanke. Ich hab dich. Ja ich auch. schon mal die mechaniker ach mein schönes körperchen noch mal mit der trage nach oben gehen müsste gleich oben aufschlagen ich begleite ihn assistiere ich habe auch keinen keinen bescherten wald erwartet und dann ein regen eine urwald braucht auch regen und deswegen kommt ein feuchtes zäpfchen ach du feuchtes anders aber nicht ja dann gehen wir wieder raus kein problem ist die tasche von dem herrn willi nein das ist meine das ist mein zäpfchen kochner okay er will mir ein zäpfchen verabreichen naja dann schweigen und genießen du das toll sie können ihm aber bestätigen dass meine zäpfchen höchst wirksam sind definitiv wirksamer als alles andere mal aus reinkommen da muss ich den 90 ich check das noch mal kurz medizinischer notfall gute frage das ist egal assistiert ihr mich dann beim zäpfchen schneller hinter die bühne das kann der kollege einmal ich gehe und möchte das fahrzeichen einmal wieder beziehungsweise ist ja schon fertig eigentlich medizinischer notfall ist du kannst inzwischen das auto wieder hoch holen genau ich hole die tata nach oben super hast du mich eigentlich gerufen habe ich schon gemacht ok super dann holen wir den tata nach oben so ja so ja so willi wie möchtest du das angehen wie möchtest du das zäpfchen einfach abbrechen ja am besten wäre von hinten aber wir können auch von vorne ja naja kann ich ihnen helfen oder von der seite wäre eigentlich optimal ja dann einmal bei ihrem fahrzeug warten bitte ok dankeschön so dann würde ich sagen wie ich halte einmal fest jawohl so ich nehme mal das zäpfchen verabreichen ich habe mal das ich komme von der anderen seite hm ich habe nämlich das das anilius maximus das maximus das max genau das anilius maximus die tausende gramm aber ganz langsam bitte willi macht das super macht das mit ganz viel vorsicht also der hose ist mal weg gut das reicht hier hast du kannst du mir freilegen bisschen ja ist frei ok so also der stift ist so circa fünf zentimeter lang und so circa zwei zentimeter breit gottes will ja alles das ist besser als ein einlauf das kann ich jedenfalls so willi wolltest du noch ein bisschen was aufpacken oder wir machen wir noch ein bisschen vaseline drauf jawohl das merken sie nicht so ganz so genau alles klar so auf fünf machen wir das ok eins zwei drei und rein um gottes will noch ein bisschen nach so spüren sie es so und jetzt halten sie die arschbacken ganz ganz fester zusammen die ganze fahrt über nein nicht aufgeben das kackgefühl das ist normal sie halten jetzt einfach die arschbacken bis zum krankenhaus dicht bis dahin hat sie es aufgelöst das kriegen wir hin ok schlimm wäre ich mich jetzt einscheißen sie scheißen sich nicht ein das ist das gefühl weil sie jetzt hinten was in ihrem anus haben super das fühlt sich so an wie wenn sie kacken müssten aber das müssen sie nicht ich weiß nicht was sie davon halten sollten ich ganz ehrlich einfach nur die arschbacken zusammen aber das kochen genau presse sie einfach schön zusammen bei der fahrt und dann geht das nicht sonst bekommen sie ihn korken nein bloß nicht alles klar so er ist fertig zum abtransport also kannst ihn einladen ja alles klar gute besserung herr pulberg dankeschön wir haben einen 11 99 ha 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 das ist mein kaffer steht nördlich warte kaffer äh das darf mit den äh generatoren was regelmäßig brennt ach da bei einem apples dann hilft mal inzwischen in der apple store und robster plaza macht nichts wenn es für äcklinge war wenn es da haben wir ja wir sind falsch zurück zu machen ja die ambulance regels bonding dann sind die drei mit ähm aber cool berg er hat ja einmal sein müssen oder bei der einmal einmal zapfen rb das ist standard bei uns haben wir wieder eine gute arbeit gemacht ja das haben wir geklappt oben die behandlung von dir war gut oder war alles erfolgreich was freut mich anus maximus war auch erfolgreich war schön der analius maximus die tausender oh mein Gott er hat zwar ein bisschen gejammert aber das tun alle er hat dann auch das gefühl dass er kacken muss aber das müssen die anderen auch nicht seid ein fremdkörper aber ja dann gehen wir doch den engine zurück so Was ist das für ein Dispatch? Beschossene Person wird von Polizeibeamten wiederbelebt, hä? Wahrscheinlich PD, die jemanden niedergeschossen hat, wird die Erstversorgung machen. Wahrscheinlich hat LAPD die Erstversorgung machen. Vermutlich. Jetzt ist er wahrscheinlich auf der nächste Dispatch. Wahrscheinlich ist er jetzt gestorben. Ist das gleiche. Nur mit dem anderen Wort hinten. Oh. Super. Von der gleichen Person, Soldat. Super. Haben wir schon die Rechtschreibung korrigiert? So kann ich mein Outfit nicht changen. Oder habe ich es falsch geschrieben? Achso. Haben wir für die? Ich bin so ein Depp. Habe ich wieder. Habe ich Zeit zur Bikerbar zu fahren. Die Polizei hat eine Person erschossen. Bei der Bikerbar? Ich habe auf der bewusstlosen Bar im Friseurland. Nein. Kannst du streichen. Bei der Hälfte gibt es anscheinend einen medizinischen Mutfall. Ich habe zwei Dispatches darüber, dass die Polizei eine Person wiederbelebt und jetzt stabilisiert wurde. Könnt ihr da bitte anfahren? Ja. Wir können sonst nur dort anrufen und sagen, sie sollen dem AMR nochmal denselben Dispatch schicken. Was für ein Netz? Ja, ich rufe da an. So eine Idee. Den Friseurladen bewusstlos kann ich rausnehmen. Ja, haben wir. Alter, heute ist richtig, heute ist richtig viel los. Heute ist nämlich echt viel los. Geiler FD-Dienst. Also mir gefällt es heute richtig gut. Macht heute echt Bock. Weil halt auch sauviel, sauviel los ist und einzigartige Szenarien. Und echt gutes AP. Also macht Bock. Macht Bock. Jetzt ist gerade halt wieder so, jetzt ist gerade wieder Chill-Saison. Na? Ist gerade wieder Chill-Season. AMR für die Position von der ist raus. Guck dringend, damit ich in der Nacht wieder aufs Klo muss. Solltet ihr bekommen haben, sagt der Officer. Relativ. Direkt die Bikerbar. Ja, ähm, ja. Warum? Ich bin, äh... Freunde, wieso wollt ihr alle einen Herzinfarkt haben? Wollt ihr, dass Willi stirbt? Vielleicht ist es ja früher oder später eh so der Fall. Wer weiß. Wo das AP noch hingeht. Vielleicht will die sterben. Vielleicht auch nicht. Vielleicht... Steht alles in den Sternen. Freunde. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber... Es könnte früher zu Ende sein, als man glaubt. Sie schicken nochmal einen. Okay. Willi muss bleiben. Nee. Jetzt kommen alle so... Nee. Mit Willi darf nichts passieren. Aber Freunde, Willi ist... Willi ist alt. Na? Irgendwann... Irgendwann... Könnte er wirklich sein, na? Ja. Mehr dafür, FD? Ja. Ähm... Ich habe hier einmal Verbrennung, Schmerzzustand... 10... Ansteigend... Äh... Frage... Willi... Willi... Aufhören... Freigaben. Ja. Positiv. Danke. Willi stirbt nur auf seinem Bike frei und glückselig. Im Käfer ab ins Meer runter. FD. Ich mache noch kurz die letzten Patienten im Außens fällig und ab ins Glück. Ein Stück. Helfo. Ich meine heftiges RP wär's, ne? So vom RP her wär's... wär's wirklich spannend und interessant. Wir werden's ja sehen. Wir werden's ja sehen. Wir werden's ja sehen. Wir werden's ja sehen. Aber wenn... wenn's passieren sollte... Dann wär... dann muss halt wirklich so ein epischer Abgang... also dann muss das echt... Ein epischer... Froh zu im Dienst sein. So quasi. Wenn's bei ner Rettung irgendwo runter fliegst oder so und dafür dann dein Leben gibst. Bei DX4 mit ner Frage. Ist eine Jasmin Blueberry gerade im Haus gezogen? Blueberry? Die hatte ich ja erst, oder? Aber Morris Stream. Ich weiß nicht, Spannung. Mal schauen. Was noch alles passieren wird. RP ist so viellebig und so schnelllebig. Da kann man so viel machen. Deswegen. Ich sage immer so, ich sage zu nix ja und ich sage auch zu nix nein. So, wenn es beim RP passt, bin ich immer, sagen wir mal so, gerne dabei, spontan in einem RP-Strang dann zu folgen. Und wenn es halt Krise ist und halt am Ende des Tages halt sterben bedeuten würde, aber wenn es zum RP passt und zum Strang, why not. So, jetzt haben wir hier gerade tote Hose. Sprich, gerade ist nix mit Einsätze. Jetzt ist es eigentlich cool, wenn wieder mal was passiert. Streamst du dann das Grab-RP? Ja, ich meine, wenn sowas kommen würde, dann würde ich schon die ganze Nummer durchziehen, natürlich. Das kann ja mit jedem Jar passieren. Kann ja auch sein, dass Morris stirbt oder Konda oder Habu, kann alles passieren. Wenn ich jetzt nicht nur auf Willi, will ich ja nicht nur auf Willi jetzt den Fokus setzen. Das kann ja mit jedem Jar passieren, wenn es RP dazu passt. Aber jetzt, das, was ich mir jetzt wünschen würde, wäre, wenn dann mal wieder was Kriege ich einen Winke-Tiger, stimmt? Einen Winke-Tiger habe ich heute noch nicht gemacht. Hallo. So cringe. Ich gebe dir mal das Geld wegen dem Verkehrsumbran. Nein, lass ruhig stecken. Na, ich brauche das nicht. Ich habe schon viel zu viel. Okay. Ich habe schon vier Millionen oder sowas. Oha, gratuliere. Wir warten auf Arbeit. Ich brauche ein Taschentuch-Emoji. Aber Hu wird in der Black Series in der Goldenen Black Series begraben, wenn es so ins Grab reingesetzt wird. Ich bin auch um auf dem Dach. Arbeit! Zweimal medizinischer Notfall. Sorry, ja. Ambulanz 1 würde noch eine Buslose mit anfahren, wenn ich genug mit anfahre. Was macht das denn an? Time-Cooker für medizinische Notfalle bei der Praktikzentrale. Ambulanz 1 responded. S3-N76-Ocean, einmal Patient, yellow-red. Könnte mich noch irgendeiner umschreiben? Ich die hier sitzt und zurück winkt. Also du kannst auch bei mir in deinem Zimmer reinwinken. Es ist wenigstens nicht ganz so schlimm, wie im Fernsehen am Winken. Wenn Willi stirbt, kannst du gut das Geist-AP machen. Das wäre auch geil. Willi stirbt und dann gehe ich so das Willi-Geist herum und dann flüstere ich so die Leute zu. Hallo. Mach ihm FD komische Sachen. Alle sind dann so richtig so vermissen Willi. Willi wird dann im Q&B begraben. Oder Willi wird dann zum dauerhaften Feuergeist. Arbeit! Mehr was für so ein Schusswechsel. Oh Gott. Krieg es! Taxi! Ja, fertig. Informativ, nicht verlassenes Gebiet, nicht sicher. Schutzwechsel könnte immer noch stattfinden. Ja, habe ich mitbekommen, habe ich mitbekommen. Ich bin gerade am Rücken. Ja, das ist vor. Ich bin um die Ecke. Wir sammeln auf dem Parkplatz vom Casino. Ich habe ihn geschlafen, oder? Ich bin um die Ecke. Du hast noch Einheiten da? Natürlich. Und alle Einheiten, die gerade verfügbar sind. waren wir gemeinsam eine ambulance oder nur ich muss jetzt mal kurz jetzt liegt der hund am schreibtisch bei mir so ich muss freunde wir haben groß gefahren lager da müssen wir ganz schnelle ich hatte mal das blaulicht die engine geht ab ist eine high speed unit irgendwann fallen mit dem der verfolgung sagt das ding geht ab nicht bewusst dass das ding so abfährt eine bewusstlose liegt auf jeden fall auf der straße aber die mechaniker gerade sind wenn ihr an dem dealer vorbei fahrt der auf der motorrad ist egal kommt her alter schwede also das ist hier schon wieder los ich habe mich da abgehoben da hinten mehr platz ist am feuer auch noch für mich doch hier hin wie eine schießerei vom kartell wie kommst du hin wie kommst du drauf dass es vom kartell sein könnte wenn der jahr gewesen sein die gelben tragen dass man mal da oder in der gelbe tage heraus tun dann habe ich schon mach mal die zählte weg und die aufbauen keine zählte maximal zwei für das pd erst mal das neu agieren ja klar hier zählte da vorne pd war richtig oder genau und die engine benutzen wir als lichtschirm okay mit dem taxi oder so ist die le interessiert mich das nämlich als pd wäre jetzt mal wenn ich das wissen will ja das ist die da gibt es mir was ist bei euch die Lage vor Ort? äh Lage unklar mehrere Personen die am Boden sind ein Abschusswechsel beim Taktiker äh Polizei hat noch keine Freigabe gegeben aber gegeben für uns zum Aufkommen ähm Air Rescue 1076 mit einer Person äh bin ich vorsicht ja ja alles gut erstmal hier auch weiter mit der Weste im Krieg so machen wir weiter so sollen sie kommen ich habe eine Leuchtpistole schieße sie bringen uns sie bringen uns Leute her also das PD wollt die Leute her bringen ok so dann die ersten direkt äh hallo genau einmal mitgehen dann 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 ja machen wir alles klar vielen Dank welche Ausbildung hast du geht's ähm von was du mag es ja ja dann frag mich nur warum hat das hat die Taxi Cab eine Schießerei mit dem PDI Gute Frage, nächste Frage Hallo, Lola vom LFD, nicht erstreckt, hallo Ich helfe Ihnen einmal, wir gehen einmal hier auf die Trage So, Hallo Was ist denn passiert? Wo haben Sie aktuell Schmerzen? Schmerzen Brust und Beine Brust und Beine, okay Skal von 1 bis 10 Sieben Sieben Sie möchten Sie einen Schmerz mit haben? Ich bitte Alles klar, jetzt Ich stehe einmal kurz in die Akte und dann Sieben, ich bin mal kurz drüben, verschaffe mir mal einen Überblick Jo, alles gut Aktiv wird eh nicht mehr geschossen Naja, aber das Problem ist, dass er die Situation noch nicht freigegeben hat, dass er nicht kann Jo Das ist halt leider momentan die fehlende Kommunikation zwischen Police Department und Fire Department Okay, pass auf dich auf Gucken, wie es vorne aussieht, ja Ach komm, 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 eine Und noch einer, Willi Komm mal mit durch Zu meinen Kollegen Und dann ist da eine LFD Ich kümmer mich um ihn, okay? Jo, genau Ich habe noch ein bisschen Allergie Denken Sie mal bitte an eine Hilfe Danke, Dieter So Okay Erst einmal ihre Blutung gestoppt und dann gehe ich einmal rüber zu den Kollegen, ja? Willi, schaffst du das oder soll ich dir helfen? Ich schaff das Alles klar, super Trag deinen bitte erst ein Eintragen, Müller Deinen So, warte mal, ich werde mir den Schocker holen Ich bin dabei Super Da haben wir einen Defi So, haben wir den Ufer ausgelöst? Ne Nein So Wie ist denn den Namen? Der Name ist schon mal, da war was So Achtung, halt jetzt mal ein bisschen Abstand Ja So Ich habe jetzt einmal die Gefühle ich noch Blute Ich habe jetzt einmal die Brust abgeklebt Schock geht mitten hoch Passt zu Ich lade mal das Gerät und dann Abstand, bitte Dürfte Dürfte ich einmal ihre Versicherungsnummer erfahren, bitte? Drei 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 Nein, ich habe die Farbe, ja. Stell bei. Haben Sie sonst noch mehr Schmerzen? Nein. Den Tischpatch können wir zumachen. Schmerz 3 ist L5. Überall. Startet ein Jubiläer. Mal gucken, die Schmerzen durchdruckt. Also, ihr beglaubt über Schmerzen am ganzen Körper. Magst du die Behandlung weiterführen? Ich habe keine Paramedics-Sachen. Ich habe nur eine Zunge. Ich kann nur assistieren, wenn sie ihr wollt. Ich habe Psychologie gemacht. So, können Sie sich an? Ja. Was passiert, Sie können sich daran erinnern? Ich verstehe sich leider gar nicht. Einmal mit in den Verfügungsraum, erst mal mit rein. Okay, wo haben Sie Schmerzen gerade? So, jetzt nochmal. Ich war all diesen Namen. So. Marschall, wie viele Leute liegen noch circa dort? Wir kriegen jetzt an zwei Herrschaften, die gerade als Zeuge da sind, die wir einmal durchchecken müssen, dass es denen soweit psychisch und physisch gut geht. Stand vor. Ich komme dann bitte auf die Seite hinter der Engine. Ich kann mich fragen, in welchem Bezug Sie mit dem Fall stehen. Sie sind in die Frage, okay. Können Sie mir beschreiben, was passiert da? Das klingt scheiße von mir? Ich sollte davon bei 30 bis 50 Sekunden gehen. Brauchst du mich bei dir an der Einsatzstelle? Also, wir waren mal am Taxi-Click gefahren. Schüsse gefahren, habe ich geschossen. Dürfte ich jetzt mal Ihre Straßidee haben? Okay. Drei sind nur angeschossen. Wenn Sie aus dem Ausgangshaus sind, bitte ich Sie, eine Zeugenaussage zu schreiben und die im Meshmer zu geben. Perfekt. So, danke schön. Start ist von ihm. Start ist vom Ersten. Die ist aus Täter oder nicht? Äh, das habe ich keine Information. Aber da er selber sagt, dass er Taxifahrer ist, sollte er eigentlich sein Hintergrund fahren. Okay, also wir dürfen dem Ocean dann gleich ein Weisselbegeber und der lassen theoretisch. Oder braucht ihr den Erachter? Ich frage den kurz. Okay. Fahr mal mit denen dann gleich ins Ocean. Ja, sofort. Aber noch nicht warten. Okay. Hallo. Hallo. E-MAR-16 für Supervisor 5. So, hä? Äh, Info bist bei, der, äh, stark tut den Wunden, ne? Ja, positiv. Möller, Dispatch ist raus. Ich bin jetzt hier schon mal drin. Ich bin jetzt hier schon mal drin. Oder soll ich noch mal drin? Ich bin jetzt hier schon mal drin. Ja, kann ich gar nicht. Ja, ich bin jetzt hier schon mal drin. Ja, ich bin jetzt hier schon mal drin. Pass auf, wenn du das schreibst. Ja, aber warum? Ja. Taxifahrer. Gut. Du musst dich fragen, was passiert ist. Äh, wir waren tanken, haben Hitzege gekriegt, dass ein Überfall aufs Taxi stattfindet. Sind wir hingefahren und mehrere Autos. Wir sind ausgestiegen und dann wurde dunkel. Ja. Okay. Soll ich einmal ihre Charter, die haben? Wir 4-0. Ja. Ja. Nicht mehr. Ja. Sie vorträgst. Ich bezeichne mal kurz in unserem Willow ein. Perfekt. Gut. Dann. Jetzt auch sie, wer die aus dem Ausschuss wieder raus ist. Boah. Eintrag rein. Da kommen jetzt die Geschädigten. Ich halte mich dann nämlich schon mal bereit zum Opfer. Die 3 Herrschaften einmal bitte durch. Ja, mach ich. Wir haben die Reiseweil noch versorgt, die drüben. Grüße. Da sind so ein alter E-Wol unterhalten. Äh, ich hab mir erst mal nichts dabei gedacht. Dann haben wir einfach das Feld schreien dürfen, dass irgendwie ein Überfall auf Taxi-Cab stattfindet. Dann sind wir da so schnell wie möglich hin. So. Wir haben da gehalten. Wir haben die angefangen zu schließen. Es kamen immer mehr Fahrzeuge. Du schießt gleich. Also schön. Einmal die Berufslose andonnern. Einmal den medizinischen Router andonnern. Direkt Wärter plus plus. Und dann. Weiter. Ja. Und wenn dann noch was ist, meld dich. Ansonsten hab ich danach... Ne. Wir machen jetzt nicht alles zu. Ja gut. 10 Stunden reicht. Alles gut. Alles gut. Ich fahr den Berufslose an. Alles gut. Alles gut. Alles gut. So. Fahren wir dann gleich. Ja, schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Jungen. 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 Nudel. Aufruf. Zicke. 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 So. Ähm. Sobald wir die Situation gleich abgearbeitet haben, gehen wir außer Dienst. Jawohl. Ja. Wir müssen mit denen jetzt nur noch ins Oceans fahren, ne? Ja. Ähm. Ich frag gleich mal bei den PD nach wie es aussieht, ob die soweit fertig sind. Jo. Und die soweit durchbehandelt, ja? Ja. Erst behandelt, ja. Genau. Da hinten liegen drei, die drei Herrscher, die, äh, umgeschossen worden sind. Wir würden die jetzt ins Krankenhaus bringen. Gut. Außer ihr wollt ja nochmal zu den Herrschern bringen. Ähm. Wir würden die dann im Krankenhaus einen Werder übergeben. Haben die irgendeinen Status? Oder sind die überhaupt da? Es ist... Ja, das muss jetzt geklärt werden. Ja, das muss jetzt geklärt werden. Okay. Alle drei? Alle drei positiv. Durchsucht. Durchsucht habe ich sie noch nicht. Dann das noch einfach mitnehmen. Dann bitte mit T-Status zu Berg und dann zur weiteren Vernehmung mich nur. Äh. Gut. Machen wir so. Dann habe ich sie noch einmal. Sobald die... Ja, ja. Habe ich. So, sobald das PD gleich nochmal bei den, die wir uns durchsucht hat, bringt die bitte ins Krankenhaus, ähm, packt die auf die 200er, ähm, Zimmer und äh, schließt die bei euch ab und schickt den Dispatch ans PD und übergebt die an Bertha und äh, da gibt's dann Bertha Plus Plus Behandlung, ja? Ja. Ihr könnt einfach gerne äh, Kick-30 in den Dispatch einfach reinschreiben, dann weiß ich direkt Bescheid. Ja. Machen wir. King-30. Ja. Bei... ... diese Waffe ist eine Frage. Einfach damit sie nicht mit Waffe rumlaufen. Äh, wir können das gerne so machen, dass ich ihn danach wieder eine Waffe gebe. Okay. Der ist fertig, Herr Officer. Ja, ist er. Warum werden wir jetzt durchsucht? Werd ich sie einmal durchsuchen? Warum werden wir jetzt durchsucht? Aufgrund, dass sie geschossen haben? Habe ich nicht gesagt, dass ich geschossen habe. Das ist ja schön, dass ich einsteige einsteige muss. Ja, tut es eigentlich nicht. Äh, du bist beim Brand jetzt, ne? Ja, wo? Ich krieg dir jetzt noch, äh, äh, ich habe auch noch schon gesagt, dass die haben geschossen von, äh, Engines, und ähm, wir haben auch hier den Brand gemeinsam Ähm, wir haben jetzt den Brand dann gemeinsam zu besuchen. Ich fahre so schnell wie ich kann. Sobald wir jetzt hier die ganzen bewusstlosen abgaben haben, das Feuerhaus auslöse, dass er nie geschlossene Feuerhaus beginnt. Sollt ihr das auch da? Ja. Alles klar, danke. Ehrenerik, es gibt noch Nachtschicht bei meinem Meer. Alles in Ordnung, bei Ihnen hinten noch? Oh mein Gott, tut mir. Okay. Also Status unverändert, wir sind gleich da. Engine 2, 360 abgeschlossen, 1025, keine Person im Gefahrenbereich, Starten, Brandbekämpfung. Türen hinten. Hoppala. So. Also. 200er Zimmern sind oben, gell? So. Suchen Sie sich mal hier ein Bett aus, bitte. Wenn Sie mir helfen, wäre das lieber. Okay. Gut. Also. Eins, zwei, drei. Kommen Sie mal hier her. So. Okay. Danke. So. Sie können mich. Äh, Schwester Berta wird dann noch gleich zu Ihnen kommen. Informativ an. Okay. Können Sie den auch mal mit rausgeben, weil wir schon an der Hütte noch massiv sehen können. Ansatzleitung für FDL. Fertig. Informativ für dich, äh, hier ist ein P-Dealer mit auffälliger Wunde am Kopf. Steht, äh, stark alkoholisiert. Ja, ja. Finde ich persönlich jetzt gerade in Verbindung mit den Pfennigs ein bisschen hauptsächlich. Ja, ich komm gleich rüber. Kannst du kurz was fragen? Ja, hat sie vor. Ich dachte, dass der Hauptplatz kam. Ah, aber. So. Mein Freund, das haben Sie auch schon im Zweifelspersonen. Kommen Sie noch mal kurz auf die Trage, bitte. Heinz, ich helf Ihnen. Haltet Sie sich noch mal bitte rauf. So. Ja. Die Trage nehmen, Alter. Ich möchte die Trage nehmen, ja. Ja. Wie heißt der? Was ist beim Hausband, ne? So. Kommen Sie her, Schwester Bertha wird Ihnen ein Medikament geben. Sehen Sie sie? Sehen Sie da wegen dem Täterstatus? Ist das ein Täter? Ja, der wurde mitgegeben mit Täterstatus oder Schießerei beim Taxicab. Okay, ich bin eigentlich für jemand anderes da. Dann schreibe ich ein Dispatch. Das freundlich, danke. Es geht nicht. Oh, okay. Dann muss ich sie kurz wieder mitnehmen und sie auf die Tage. Einen Moment. Ja. Darf ich kurz fragen, wen Sie hier gerade haben? Max Dirks. Wie bitte? Max Dirks. Okay, sind Sie vom Taxicab? Ja. Ja. Okay, gut. Dann Täterstatus dann? Oder was? Ja, also King 14 hat gesagt, Dispatch rein mit T-Status. Ich fand das FD. Okay, ich fand King 14. Okay, ich klär das und dann fahren wir sie erstmal. Ja. Okay. Ja. Du bist am Juro gerade, ne? Ich ziehe jetzt ab. Ich wollte gerade, also Supervisor 5, T-97 Ocean. Gut, ich bin auch gleich am Ocean. Ja, da ist im Moment noch nicht im Dienst, die kommt das später. Ich verlege zum Ocean. Hier fahren wir zu viele Fahrzeuge um. Ja, wo bist du denn genau jetzt gerade? Ja, auch bei der letzten bewusstlosen Person. Aber hier fahren wir zu viele Fahrzeuge einfach sie wieder um. Oh, es hat genau Käse getroffen. Aha. Null. Wie geht's auf W201 immer? Mit ihm? Mit ihm? Mit W201 weiter. Ja, ich hab ihn. Ich würd jetzt hier einmal abrocken. Mit ihm, du hast immer W201. Eine Tür weiter. Okay. Äh, ja komm rüber. A2V bis gleich. Ambulance 1, 1076 auf W201. Eine Person. Daher. So, da. Ups. Sind sie noch? Ich sehe hier drin nichts. Okay, warten Sie mal kurz. Sie müssen von der Trager runter. So, jetzt nehme ich sie bei der Hand. Kommen Sie mit. Okay, warten Sie mal kurz. Okay, warten Sie mal kurz. So, suchen Sie sich ein schönes gemütliches Bett aus. Super. Okay, ich schau nochmal über Ihren Brustkorb drüber, okay? Okay. Okay. Ambulance 1, 1097 auf. Okay. Okay. So. Okay. Okay. So. Danke. Es fühlt sich schon ein bisschen besser an. Moment. Wie schaut's aus bei dir? Ja. Ähm. Ich gebe Ihnen noch kurz eine Versorgung. Er klagt über Schmerzen im Brustbereich. Okay. Gut. Dann. Professor Berta ebenfalls zu ihm, würde ich sagen. Und da es Pidi kommt, dann eben dann abholen, wenn Sie Zeit dazu haben. Wir stellen den Schwierigkeiten, dass Sie das für die Bestandweichs wegen Ihnen drei. Okay. Ähm. Schicken wir noch einen Arzt hoch zu sehen, oder? Ja, Berta macht das. Ah, Berta. Er ist auch sehr ausgelastet. Berta kommt dann 5 Minuten zu Ihnen. wir haben sie noch irgendwo starke schmerzen wie es mal so gehen so noch verarzt vielleicht noch mal ein bisschen schmerzen für mich als die schmerzen ein bisschen lindert ich schau mal was die armen schienen jetzt gemacht hat ich bin halt leider gar keine da gebe ich mir kurz erschrecken macht auch meldet feuer aus belüftungsmaßnahmen abgeschlossen übergabe an die stadtwerke erfolgt schreibt ihr dann den dispatch tracks king 14 anstehende waren wahrscheinlich ja es ist verstanden ich bin gerade bei der diagnose auch so von meinen patienten nicht ganz sicher wenn sogar zeit was für sich die bilder aus dem cc mal zurückkommen lassen aber ich bin aber auch schon bist du nackt ja ich muss mit dir gleich mech an ambulanz stand so darf ich stehen wir ganz ganz ärger mit dem armen wir haben mit mir geschimpft so wie du standst im prinzip im 90 grad winkel mit dem hintern in dieser richtung wäre in ordnung zwei ambulanzen nebeneinander stehen können okay aber nicht okay ich hab's gut gemeint deswegen wollte ich mich dahinten dass da noch alle hervon ja gut dann alles 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 gut ist ja so selten da ist passiert ich habe ich ja ich habe den bösen anschluss vom armen abgefangen und mach jetzt bist du mit dir und beim nächsten mal okay tut mir leid gut so ich habe jetzt noch mal eine werbung raus dass wir ja wir haben unsere arbeit unsere leute wird alle abgearbeitet ja ist ein dispatch zwecks dem king ford in schon raus oder was ich habe das nicht geschickt ok ich hab's nicht in rückrufe ausbaut ich mag das auto mal lieber weg habe ich schon gemacht alles kann einpacken will lieber fangen mit dem first responder rüber ich gehe gleich hier schlafen sonst ach so gut ich glaube ich den direkt anschiss kriegt von meinem er schlecht gestanden passiert dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen abend und dienst ja ich schönen abend schönen abend und noch nicht auf den feiern abend freunde danke für diesen wieder geilen stream und in diesem sinne freunde wenn sie neu seit wird es mich mega freuen wenn sie hier kostenlos ein abo da lässt erzählt euren freunden davon teilt den stream auf social media und ja alles kostenlos support lasst ein like da auf die 15 likes ich hoffe euch hat das stream gefallen wenn ja dann geht es noch am stream rein dass wir ein nettes kommentar da für den lieben willi blärt und ja heute war ein geiler fd stream und nichts kann man dazu nicht sagen danke an alle mods ja und danke an alle die zugesehen haben und dabei waren ich freue mich auf den nächsten live stream mit euch wir sehen uns bis zum nächsten mal und ciao servus und ach ja bis morgen freunde nicht vergessen morgen kalender eintragen special stream kurz gute dacht ich